Musik Ja, schönen guten Morgen beim zweiten Tag des Adolf-Loss-Symposiums. Bewahren, ergänzen, erneuern. Schönen guten Tag. Wir sind hier im Annenzahle des Bundesdenkenamtes in der Hofburg in Wien. Einen besonders herzlichen Gruß möchte ich senden an alle, die online dabei sind, hier aus Wien. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hatten ja schon gestern einen ersten spannenden Tag mit tollen Vorträgen. Das war sehr interessant. Hier gleich der Hinweis für die Leute online. Falls Sie gestern was versäumt haben oder sich das gestern nochmal anschauen wollen, es gibt die Vorträge auch zum Nachschauen oder unter diesem Link, den Sie jetzt verwendet haben. Oder etwas später dann, wurde gestern auch schon erwähnt. Über Fragen oder Feedback, Verbesserungsvorschläge freuen wir uns. Gerne unter der E-Mail-Adresse denkmalforschung.at. Das Tollste und Wichtigste für mich bei solchen Tagungen und Treffen ist immer, dass man hört, wie es den anderen geht. Dass man sich austauscht, dass man sieht, was die anderen für Probleme haben. Und man sieht, dass die anderen die gleichen Herausforderungen haben, wie wir bei den Restaurierungen, bei den Instandsetzungen. Und man kann sich immer was abschauen von den anderen Projekten. Das haben wir gestern sehr schön gesehen und ich habe mir schon wieder sehr viel abschauen können. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, vor allem von den Kolleginnen aus Tschechien mit diesen wunderbaren, beeindruckenden Projekten. Mir geht es immer so, dass der Blick auf das andere schärft oft den Blick auf das eigene Projekt. Das ist eine große Qualität und mir hilft es bei der täglichen Arbeit dann immer sehr. Wie gesagt, diese Best-Practice-Beispiele helfen uns als Richtschnur und sie helfen uns auch gegenüber den Projektpartnerinnen dann konsequenter und selbstbewusster die Dinge einzufordern. Weil das einfach dann der internationale Standard ist, auf den man verweisen kann. Deshalb sind diese Vernetzungen und der internationale Austausch für uns so wichtig. Es ist auch wichtig, dass man auch einmal erzählt und hört, was nicht so gut gelaufen ist und dass man auch mitbekommt, was alles so passiert. Man merkt ja bei den Kolleginnen auch, vor allem auch bei den Planerinnen, bei den Eigentümerinnen und Restauratorinnen, wie wir das gestern gehört haben, dass das für viele kein 0815-Beruf ist, sondern dass das ein Beruf ist mit Passion und Leidenschaft. Das hat man, glaube ich, gestern wieder bei vielen gemerkt. Und es sind so viele tolle, spannende Objekte und Schmuckstücke dabei. Mir geht es immer so. Wie zum Beispiel gestern, ich greife jetzt nur einen heraus, dieser erste Vortrag am Vormittag, die Villa Müller in Prag. Die Villa ist ein Wahnsinn. Ich war damals, ich war zwar erst einmal dort, ungefähr vor 20 Jahren, das war, glaube ich, damals kurz nach der Eröffnung. Also ich war einfach begeistert und bin es immer noch. Mein schönstes Haus, my most beautiful house, hat los Herrn Dr. Müller dazu ins Gästebuch geschrieben. Das haben wir ja gestern Vormittag von der Kollegin gehört. Was soll ich da noch sagen? Ja, ich sehe es auch so. Unbedingt hinfahren. Prag ist nicht weit. Ich habe es mir auch vorgenommen und auch zu den anderen Projekten, die wir gestern kennengelernt haben, um mal dorthin zu schauen. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei den Mitorganisatoren dieser Veranstaltung, der Initiative Los 2021. Herrn Dimo Ries und Herrn Ralf Bock, vielen Dank. Für die perfekte Organisation bedanke ich mich bei Frau Mag. Beisel, Bundesdenkmalamt, vielen Dank. Und nicht zu vergessen bei der Technik, vielen Dank, das hat gestern hervorragend geklappt. Im Bundesdenkmalamt sind wir natürlich intensiv mit diesen Bauten der Moderne beschäftigt. In der Abteilung Wien zum Beispiel mit der Werkbundsiedlung, Sie kennen sie, einem der bedeutendsten Beispiele der Moderne in Österreich. Hier wurde kürzlich das Haus von Adolf Loos und seine Mitarbeiter Heinrich Kulke im Inneren restauriert. Natürlich aufbauend auf eine umfassende Befundung einer regelrechten Archäologie der Moderne. Andere Häuser wie das Haus von Rietfeld in der Werkbundsiedlung wurden ja schon vorher restauriert. Auch die Losbau wurde umfangreich untersucht in der letzten Zeit. Und auch bei der Wohnung Emil Löbenbach, also dem Bridge Club, tut sich was. Bei der Buchhandlung Manns konnten wir mit dem Restaurator Goten eine gebrochene Steinplatte an der Fassade retten. Beim Loos Haus am Michaela Platz finden gerade die Reinigungsarbeiten der Säulen durch einen Restaurator statt. Mein Kollege, ah da hinten, der diplomische Schreiber ist da dran. Aber nicht nur von Loos, sondern auch andere Objekte beschäftigen uns natürlich laufend. Zum Beispiel die Villa Retzig des Architekten Hans Glas. E-Klar, ein Loos-Schüler aus dem Jahr 1932-33. Die Villa Retzig hat einige Parallelen zur Villa Dugendhat in Brünnen, also nicht ganz unwichtig. Und durch die Unterschutzstellung 2010 konnten wir die Villa vor dem Abbruch retten. Und noch eine weitere positive Sache zu Villa Retzig. Im Moment läuft gerade die vorbildliche Instandsetzung durch den Architekten Maximilian Eisenköck. Also das wird, glaube ich, ein interessantes Projekt. Auch einen Conservation Management Plan wird es dazu geben. Also ein spannendes Projekt, das vielleicht auch einmal in Zukunft einen eigenen Vortrag wert ist. Auch bei der Villa Bär gibt es derzeit Good News. Auch die Blumenschutzschreiber involviert. Den hören wir dann später. Vielleicht erzählt er uns noch was dazu. Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen Institutionen, die uns bei diesen Projekten kräftig unterstützen. Solche Instandsetzungen gehen immer nur im Team. Da möchte ich mich zum Beispiel bei den Universitäten bedanken, bei den Archiven oder das Wien Museum, das uns immer hilft. Vielen Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen im BDA, die sich da wirklich voll engagieren. Zum Beispiel die Abteilung für Architektur und Bautechnik, die Archäologie, die Abteilung für bewegliche Denkmale und internationale Kulturgütertransfer, die Rechtsabteilung auch ganz, ganz wichtig, das naturwissenschaftliche Labor, der Abteilung für Konservierung und Restaurierung, das Fotoarchiv, der Verwaltungsbereich oder die Abteilung für Spezialmaterien. Sie sehen, ohne Teamarbeit gehen solche Projekte nicht. Ein Freund von mir in Brasilien, der Architekt und Stadtplaner Fernando Diniz Moraira, der unterrichtet in Brasilien im Rahmen seiner Architekturvorlesungen auch über Adolf Loos. In dem Zusammenhang habe ich ihn gefragt, was wir heute noch von Loos lernen können. Das ist ja eigentlich die interessanteste Frage. Er schickte mir daraufhin zwei Seiten, also das wäre jetzt nicht alles vortragend. Ich habe nur zwei Punkte herausgegriffen, die Ehrlichkeit und der Umgang mit dem Material, also die Materialeigenschaften beeindrucken ihn und das Loos relativ frech war in seinen Angriffen, auch auf die Mehrheit und so weiter. Und die ganzen Texte und Schriften findet er auch ganz wichtig. Die Aufsätze gibt es interessanterweise auch seit 2010 auf Portugiesisch und man schaut uns heute auch aus Brasilien also zu. Vor drei Tagen war der südkoreanische Präsident Moon Jae-in beim Bundespräsidenten Van der Bellen zu Besuch. Sie werden sich jetzt fragen, was kommt jetzt mit der Geschichte daher. Kommen wir gleich drauf. In diesem Zusammenhang ergab sich auch wieder mal ein Kontakt mit dem südkoreanischen berühmten Architekten Sihung Ha Sang über seinen Vertreter in Österreich, den Herrn Byung-Gun Lee, mit denen wir ja schon das ehemalige Seerestaurant im Donauberg, also das jetzige Korea Kulturhaus, instand setzen konnten. Auch Architekt Sihung wurde übrigens 2019, wurde ihm das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst erster Klasse verliehen und diese Architekt Sihung, jetzt kommen wir auf den Konex, hat er mal in Wien studiert und war dabei im Speziellen besonders von den Ideen Adolf Loos beeindruckt. Sie sehen also Adolf Loos, wohin man schaut. Meine Einleitung darf ich schließen mit einer Karte des Architekturzentrums Wien, die ich schon überraschend lange über meinem Arbeitsschreibtisch hängen habe, nämlich eine Karte zur A-Schau des AZW aus dem Jahr 2004, ich war selber überrascht, mit einem Spruch von Adolf Loos. Eine Veränderung, die keine Verbesserung ist, ist eine Verschlechterung. Ich wünsche Ihnen heute einen anregenden und spannenden Tag. Dankeschön. Applaus Ja, ich darf Sie auch sehr herzlich als Mitorganisator heute begrüßen hier im Saal und auch am Bildschirm. Mein Name ist Timo Ries. Ich habe vor fünf Jahren den Verein Architektur für Österreich gegründet. Den Verein unter dem Motto Begehen, Begreifen, Bewahren für die Bekanntmachung, Dokumentation und Öffnung von historischer Architektur in Österreich ein. Wir organisieren gemeinsam mit den Eigentümern und Experten, also meistens Architektinnen, Kunsthistorikerinnen und Historikerinnen, öffnen wir sonst nicht zugängliche Gebäude, weil ich der Meinung bin, dass Architektur und auch Geschichte wirklich am besten über die Begehung und über das sozusagen Begreifen vor Ort verständlich gemacht werden kann. Und zusammen mit dem Architekten Ralf Bock, der heute auch noch einen Vortrag halten wird, haben wir zum 150. Lohs-Jubiläum unter dem Titel Lohs 2020 auch Führungen in private Wiener Lohs-Interieurs- und Bauten angeboten. Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir leider viele absagen müssen, hoffen aber, dass wir im Herbst wieder einige zumindest durchführen können. Gemeinsam mit Herrn Murauer von der Wien-Bibliothek konnten wir dieses Jahr auch Stadtexkursionen auf den Spuren der Bauschule von Adolf Lohs ins Leben rufen, die sehr begehrt sind und die erste Staffel sozusagen ist auch schon durchgeführt worden. Wir hoffen, dass wir noch weitere machen können. Ich freue mich aber nicht besonders, dass wir auch gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt heute dieses Symposium durchführen können, das trotz der Pandemie noch stattfinden kann, wenn auch etwas eingeschränkt. Aber das war heute sehr besonders und ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Möglichkeit, hier zu sein. Ja, nachdem der gestrige Teil des Symposiums der Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Bauten in der Tschechischen Republik gewidmet war, wird heute um Bauten von Lohs in Wien gehen und bevor ich den ersten Vortrag Ihnen heute begrüße, möchte ich noch ein paar auf ein paar organisatorische Dinge hinweisen. Die Vorträge werden wie gestern circa 30 Minuten dauern. Es gibt dann auch im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ja, da das Symposium eben live gestreamt wird, würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, aufs Mikrofon zu warten, was ich Ihnen geben werde und sich kurz vorzustellen. Für die Zuschauer zu Hause am Bildschirm gibt es die Möglichkeit, über eine E-Mail auch Fragen zu stellen. Das ist die E-Mail-Adresse denkmalforschung at pda.gv.at Ja, ich darf nun den ersten Vortrag in des heutigen Tages vorstellen. Hermann Tschech Hermann Tschech studiert an der Technischen Hochstunde in Wien, an der Sommerakademie bei Konrad Wachsmann in Salzburg und bei Anton Plischke an der Akademie der Bildenden Künste. Er ist architekturaffinen, vor allem als Innenarchitekt von Restaurants und Cafés sowie Geschäftslokalen, aber auch Wohnhäusern bekannt. Ich möchte hier nur erwähnen, ein paar Werke, die sozusagen im Zusammenhang mit Bauern im Bestand und Umbauten sind, den Umbau des Palais Schwarzenberg, die Winterverglasung der Lodger in der Staatsoper, die Restaurierung des Arbeitsamtes in Leasing und der Umbau des Urbani-Hauses für die Vielzahl an weiteren Werken. Möchte ich Sie auf eine 2018 erschienene Monografie verweisen von Eva Kuss, wo Sie sozusagen Genaueres über alle Werke nachlesen können. Ja, sein architektonisches beziehungsweise planerisches Werk umfasst aber auch Ausstellungsgestaltungen, zuletzt mit dem Umbau im Sigmund-Freud-Museum in Wien, sowie städtebauliche Planungen. Weiters verfasst er zahlreiche kritische und theoretische Publikationen zur Architektur, weniger bekannt dürfte sein, dass er auch ein profunder Kenner des Werks von Adolf Loos ist, womit wir auch beim heutigen Thema seines Vortrags wären, Authentizitätsfragen der Loos-Paar. Herr Tschech, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ich würde Sie bitten, zu beginnen. Ich habe so wie Burkhard Ruggschio mit der Loos-Paar zu tun gehabt, Vorgeschichte muss man, glaube ich, kurz anreißen. Ich habe ab 1977 zunächst im Auftrag des Denkmalamts die Loos-Paar aufgenommen, maßlich, und habe dann im Zuge bis in die 80er Jahre in einer sehr, mit vielen Wiederholungen, die von Auftraggeberseite verursacht werden, mehrmals eine praktisch vergabereife Sanierung der Loos-Paar vorbereitet. Durch einen Besitzerwechsel ist mein Vertrag dann gekündigt worden. Es hat mit finanziellen Dingen zu tun gehabt. Ich habe nach der ganzen Affäre das Honorar für meine Vorbereitungen eingeklagt und bin da auch siegreich gewesen. Es gibt also zum Beispiel mit der Arbeit von Burkhard Ruggschio an der Loos-Paar und mir gibt es kein Problem, außer dem, dass wir uns eigentlich nie wirklich ausgetauscht haben über unsere beiderseitige Tätigkeit. Die endgültige, und ich möchte nur zur Klarheit, die endgültige Restaurierung, wie sie heute vorliegt, ist von Burkhard Ruggschio gemacht worden. Das ist ein Foto, wie es vor der Sanierung der Loos-Paar in der Literatur kursiert hat. Es ist von Franz Hubmann. Was man da sieht, ist nicht zur Gänze der erste Zustand, den Loos hergestellt hat. Zur Erläuterung muss man da noch sagen, wo das liegt. Das liegt in diesem Kärntner-Durchgang. Der ist entstanden 1897 anstelle eines älteren Renaissance-Baus, der hier keinen Durchgang, vielleicht der Durchhaus, vorgesehen hat. Und solche Maßnahmen sind im späten 19. Jahrhundert wiederholt gemacht worden, um größere Straßenfronten in der Innenstadt zu erreichen und damit mehr Geschäftsfläche, mehr von der Straße zugängliche Geschäftsfläche. Einige Jahrzehnte vorher ist ja da, was ähnliches mit der Götweiger Straße, Götweiger Gasse passiert. Auch der Trattner Hof da oben ist ja so entstanden, dass anstelle eines großen Hofes zwei Neubauten mit einer dazwischenliegenden Straße errichtet worden sind. Es geht um diesen Teil, also Sie wissen, die Loosbar ist in der Mitte etwa dieses Trakt. Das ist der Grundriss, jetzt nicht genordet, von der anderen Seite gesehen. Da sehen wir eine ganz regelmäßige Pfeilerstellung und es geht um diesen Bereich, der offenbar vom damaligen Besitzer mit Loos besprochen wurde, wo möglicherweise noch gar nicht alle diese Lokale vermietet waren, denn es finden sich in den Skizzen von Loos, die er einige Jahre vor 1977 Ruccio schon in seiner Dissertation vorgelegt hat, finden sich mehrere Skizzen, wo noch offen ist, welche Breite überhaupt dieses Lokal einnehmen soll. Eine dieser Skizzen zeigt zum Beispiel eine, wenn Sie sich an die Reihe dieser Pfeiler erinnern, eine Lokalbreite von nur einer Achse, also da sind links und rechts vom Lokaleingang je ein Pfeiler, sodass in der Mitte da sogar eine Drehtür angedacht werden konnte. Viel Platz bleibt dann, wenn man sich eine Bar vorstellt, vor dieser Bar nicht. Offenbar ist gleich auf derselben Skizze hier eine Variante, die ist nur anders gedreht, wo die Losbar über drei Achsen gehen würde, aber so, dass sie nur einen schmalen Eingang hat, sie braucht ja keine, ein Gastlokal braucht ja keine Auslagen, sodass die vordere Zone von zweien dieser Achsen für andere Geschäfte zur Verfügung stehen würde. Wenn Sie sich da an das Bild erinnern, ist es noch ganz, wenn Sie diese Stiege da anschauen, im Verhältnis zu dieser Zone, die da diskutiert worden ist und auf dieser Skizze, wo Los die Stiege gar nicht in richtiger Weise eingezeichnet hat, da sieht man, in welcher informellen Weise das zunächst diskutiert worden ist. Eine weitere Skizze zeigt wieder, dass das Lokal auch zwei Achsen einnehmen hätte können. Wir sehen da drei Pfeiler, zwischen denen sich das Lokal entwickeln hätte können. Los hat da hier skizzenhaft eine halbkreisförmige Bar vorgesehen, also das wäre so ein nach hinten gehender Raumteil gewesen. Das Detail, das er hier vorsieht, ist, dass da für jeden Barplatz ein Rücksprung vorgesehen ist. Das Vorbild dafür war der Arbeitsplatz eines Uhrmachers oder Juweliers. Die haben solche Arbeitstische, haben an dieser Ausnehmung, wo sie also sitzen können, einen Lederschutz, sodass jeder Teil, kein Teil, der da hinunterfällt, nicht vom Boden, am Boden gesucht werden muss, sondern in diesen Schurz fällt. Also noch einmal dieser abstrakte Grundriss von diesen vermietbaren Straßenlokalen und der erste Einreichplan, der also vorsieht, den heutigen Zustand dass das Lokal nämlich eineinhalb Achsen einnimmt. Die Treppe in das Untergeschoss ist da schon gezeichnet. Das ist also diese Lage der Treppe, die da zunächst in ein Zwischengeschoss und dann noch in das eigentliche Kellergeschoss hinunter ragt. Das ist der Kellerplan, der wie damals üblich in sehr vielen Geschäftshäusern das Souterrain unter die Straße, unter den Gehsteig ausgedehnt hat. Dieses Souterrain war dann immer noch belichtet durch zunächst vielfach auch heute zum Teil noch bestehend durch kreisrunde Glasbausteine, die also in das Souterrain auch Tageslicht gebracht haben, sehr oft undicht geworden sind, ersetzt worden sind oder dann sogar durch quadratische Glasbausteine ersetzt worden sind oder auch überhaupt geschlossen worden sind. Auch das Lohshaus am Michaela-Platz hatte so einen Vorbau und hat darunter ein unter das Trottoir ragende Souterrain Zone, die aber oben nicht mehr mit Tageslicht versehen ist, sondern zugepflastert ist, sogar mit Pflastersteinen, die es ja damals gar nicht mehr üblich waren, sondern es ist ja mit Asphalt, diese Gehsteigflächen sind ja mit Asphalt gedeckt worden. Wir haben also da dieses Untergeschoss, da ist etwas größer, wir sehen da unten in dem Zwischengeschoss, wo man da zunächst herunterkommt und geht hier in die Zone, die Sie dann noch gleich genauer sehen wollen, da sind hier zwei Spiegel angebracht und dann war hier vorgesehen und auch ausgeführt eine einzige WC-Kabine ohne Vorraum. Das war damals möglich bei der geringen Besucherzahl, die da Platz gefunden hat, war also im 20. Jahrhundert und zur Zeit unserer Umbauplanungen nicht mehr möglich. Das ist übrigens die Grenze, von der Ruccio gestern schon gesprochen hat, wo keine Brandschutzabtrennung vorgesehen worden ist und weil nämlich dieser dahinterliegende Raum schon zum danebenliegenden Genu Lokal gehört. Das ist also das Erdgeschoss wieder größer, das ist die etwas mehr als eineinhalbfache Breite des Lokals mit der Stiege, wir sehen es da wieder, da sind also vorn in dieser unregelmäßigen, in diesem nicht mit dem Raum kongruenten Abstand diese zwei betroffenen Hauspfeiler. Ruccio hat gestern auch erwähnt, dass Lohs für diese Front vier Steine für diese Vorsatz Pfeiler zur Verfügung hatte und also eben drei, drei davon nur zur Verfügung hatte, aber vier gebraucht hat und deshalb einen diagonal auseinander geschnitten hat, sodass mit dieser Konfiguration das Bild von vier Pfeilern möglich war zu erzielen. Es war dazu nur notwendig, dass die Nebenportale, was ja bis heute der Fall ist, eben dicht an diese Pfeiler anschließen. Die Planung damals, ich gehe jetzt da auf diesen, man geht da hinunter, das ist da daneben gezeichnet, auf dieser ziemlich unregelmäßigen Stiege, das ist wahrscheinlich nach Skizzen von Lohs nicht sehr konsequent hergestellt worden, man kommt da an einem Podest an, geht da hinein, hier ist das Waschbecken, das hier nicht gezeichnet ist, mit Spiegeln auf drei Seiten und mit dieser WC-Kabine zur rechten Seite. Es ist da auch das war die ich zeige es da nochmal vorher, wir springen jetzt mit diesem Grundriss weiter, in unserer Planung, wir hatten da schon die Zusage von der Gewerbebehörde, dass wir mit einer weiteren Kabine auskommen ohne einen separaten Vorraum, das war zur Zeit des Umbaus eine Telefonkabine und da hätte man die zweite WC-Kabine hinein machen können, sodass es für Herren und Damen zumindest eine getrennte Kabine gibt. Wie Sie vielleicht wissen, ist jetzt die Kabine in einiger Entfernung, die Herrenkabine etwas weiter entfernt. Das wäre eine konsequente Lösung mit zwei Kabinen und zwei Türen gewesen. Die Zone, um die es da unten geht, ist, wie Sie vorher beim Plan schon gesehen haben, dadurch etwas mit mehr Platz versehen, dass diese Stiege da herausreicht. Man geht da heraus aus diesem Lokalumriss, kommt auf dieses Zwischengeschoss, das eigentliche Kellergeschoss hat seinen Boden hier, man kommt also da herunter und steht da vor diesem Spiegel, das Waschbecken hier ist nicht gezeichnet, das ist die damals und auch heute bestehende rechte Kabine und die linke Kabine wäre auf dieser Seite gewesen. Ich muss da doch noch etwas zurückgehen, in dieser Skizze hat Lohs schon in dieser wo es um eine Achse gegangen ist, hat Lohs schon den auch gestern von Ruckschauer erwähnten diese Eingangslösung vorgesehen, dass man hier in eine Zone, die total verspiegelt war, also auch die beiden Pfeilerwände hier waren verspiegelt und die Decke war verspiegelt, man ist also hier durch einen undefinierten räumlich oder in seiner Dimension nicht gleich erfassbaren Spiegelraum, sehr kleinen allerdings, durchgegangen und hat eine andere Welt vorgefunden, als das Portal zunächst erwarten ließ, aber auf das wäre ich noch zu sprechen gekommen. Das ist diese Zone, wie sie auch jetzt noch besteht, das Waschbecken, vor drei verschiedenen Spiegeln, rechts und links, sieht man sich durch den Spiegel an der Vorderwand, auch von der Seite, also wenn der Spiegel hinter dem Waschbecken nicht wäre, wäre diese seitliche Ansicht dieser Addition nicht möglich und man würde sein eigenes Spiegelbild verdecken. Und das war also die, das ist jetzt nicht mehr eine Telefonkabine, sondern eben ein Abstellraum, aber das wäre die symmetrische Lösung mit den beiden WC-Kabinen gewesen. Ja, also da sieht man vom Lokal aus, das ist ein Schnitt, diese Ansichten oder diese Schnitte und Grundrisse sind 77 hergestellt worden und entsprechend dem Bestand von 77, es ist also hier zum Beispiel keine Tür nach außen, es gibt nur die äußere Tür noch, dass das Prismenschild des Portals, das ja damals nicht bestanden hat, das ist nur der Vollständigkeit und Information halber hier schon dazugezeichnet, damit man sich orientieren kann, auf welcher Seite die Straßenseite ist. Was hier passiert ist, ist folgendes, in dieser Aufnahme sieht man, dass die Bar, das ist der Zustand von 77, dass die Bar da etwas schief steht, aus irgendeinem Grund ist diese Bar halt schief gestanden, auf das werde ich aber noch eingehen. Ja, das ist hier schon zu sehen, also da ist hier die Straßenseite, da ist noch einmal die Stiege, der weitere Verlauf der Stiege gezeichnet, man sieht, dass die Bar hier nicht parallel zu der Wand steht und bei der Umzeichnung für Publikationen ist nicht dieser Plan verwendet worden, sondern das ist umgezeichnet worden, vielleicht von irgendeinem Studenten und der hat sich gedacht, wieso steht die Bar schief, warum wird schon gerade gestanden, wird schon gerade stehen, aber irgendwie hat sich der gedacht, naja, dass der Platz hinter der Bar hier größer ist als hier, das wird schon stimmen und hat deshalb die Losbar so gezeichnet, dass er diese hintere Wand schräg gezeichnet hat und nicht parallel zu der gegenüberliegenden Wand und in dieser Form ist die Losbar seit den 80er Jahren ungefähr 20 Jahre in verschiedensten Zusammenhängen publiziert worden, was natürlich heißen würde, wenn das der Fall wäre, dass das Spiegelbild, also dass die Spiegelbilder, die das Lokal ja in seiner Erscheinung tatsächlich bilden, dass die nicht funktionieren würden, sondern Knicke aufweisen würden. Eine architektonische Würdigung muss auf diese Pfeilerstellung ja einmal eingehen, viele von Ihnen wissen das, wahrscheinlich, es ist dieser Pfeiler da ist ein halber Pfeiler, weil er sich mit seinem Spiegelbild dann zu einem quadratischen Pfeiler ergänzt, an der Ecke, wo zwei Spiegel zusammenkommen, ist folgerichtig ein Viertelpfeiler, weil er sich mit beiden Spiegelbildern über Eck wieder zu einem quadratischen ergänzt, beim Eingang vorne ist kein Spiegel, da ist auch ein halber Pfeiler, der sich wieder mit einem Spiegel zu einem ganzen quadratischen ergänzt, da würde ja die Illusion nicht funktionieren, da ist man ja gerade hereingekommen, da würde also die Illusion der Raumerweiterung über Augenhöhe nicht funktionieren. Da haben wir also dieser Deckenspiegel, also wo die Decke gezeichnet ist, gespiegelt, also räumlich richtig, aber eben die Untersicht gezeichnet, da haben wir hier die halben Pfeiler, da im Eck den Viertelpfeiler und da vorn den halben Pfeiler, weil diese Wand ja keinen Spiegel darstellt. Mehrfach ist die auch in den letzten Jahrzehnten die Losbar immer genau oder weniger genau oder überhaupt nur quasi abstrahiert oder symbolisch bei verschiedenen Ausstellungen und Gelegenheiten repliziert worden, nachgebildet worden. Eine Nachbildung gibt es in Dublin im Trinity College, wo allerdings der Fehler gemacht wurde, über dem Eingang einen Spiegel anzuordnen, sodass eben diese Illusion ja dadurch gestört ist, sie ist außerdem was durch die unmittelbare Lage verursacht, sie ist etwas größer und sie ist seitenverkehrt. Ja, es entsteht da also ein Raum, der eigentlich durch die Spiegelbilder entsteht und dem Ideal, also ein fast endloser Raum im Hintergrund, also die Augenhöhe, die Spiegelhöhe ist gegenüber der Augenhöhe so angeordnet, dass man im Spiegelbild sehr wohl auch die Eingangswand sieht, sodass man also nicht das Gefühl hat, wie beim vorigen Bild, dass das ins Unendliche weitergeht, sondern es ist eine Zone, die sich nur nach der Seite scheinbar unbegrenzt ausdehnt. Das waren Kristallspiegel, die gibt es seit etwa Mitte der 70er Jahre nicht mehr. Das waren Spiegel, die nicht in einem endlosen Band, damals hat es zwei Arten von Glas gegeben, eines, das vertikal gezogen wurde, was Sie manchmal noch bei alten Glas Fenstern sehen, dass sich die Aussicht optisch etwas verformt und dann hat es Kristallspiegel gegeben, die sind stehend in einem Becken praktisch gegossen worden und geschliffen. Diese Illusion hat also tatsächlich funktioniert und es hat Leid gegeben, die dann irgendwann gefragt haben, was ist da drüben. Diese Spiegel gibt es nicht mehr, es ist jetzt kein Spiegel in der Losbar mehr, Kristallspiegel, es sind sogenannte Float Glasspiegel, die wesentlich horizontal auf einem flüssigen Zinnbad produziert werden, viel besser sind als das vertikal gezogene seinerzeitige Maschinenglas, aber doch über größere Entfernung nicht ganz eben. Es gibt keinen technischen Zweck für den man Ebenes Spiegel wirklich plan braucht, auch für Heliostaken, wo also Sonnenlicht auf einem Punkt reflektiert wird, genügt die Qualität des Floatglases. Es gibt auch noch immer geschliffene Gasoberflächen, aber die sind nicht plan, sondern die werden in Teleskopen verwendet, sind also gekrümmt. Und es kommt diese Illusion nicht mehr zustande. Unbewusst merkt man, dass bei der Bewegung das Spiegelbild eine leichte Wellenformation annimmt und also diese Illusion, dass es da weitergeht, kommt unbewusst gar nicht zustande. Aber der Raum, den Los da beabsichtigt hat, entspricht diesem Ideal, das er da eben dem Pantheon zuschreibt. Das Pantheon kann man beschreiben, das ist eine Kugel, von der am Boden steht, wo nur die obere Hälfte die Kuppel bildet und unten dann eben ein Zylinder angeschlossen ist. Oft wird dieser Satz zitiert, von Los, aber falsch zitiert, wo das Pantheon durch den Parthenon ersetzt ist. Das erledigt natürlich die Argumentation, weil das Parthenon so zu beschreiben, dass man es nicht aufzeichnen braucht, das muss erst wer probieren. Das ist der Zustand von 1909. Ruckschi hat gestern interessanterweise gesagt, es sei ein Morristoff, wäre interessant, ob das belegbar ist. Es ist ein so ein Goblau-artiger Stoff, was wir da ebenfalls finden, noch nicht finden, ist dieses Türchen, diese Klapptürchen, die einfach verhindert haben, notwendigerweise, was sie eben herausgestellt hat, dass Leute im Gedränge, in der stehenden Gedränge da über die Stimmen hinunter stolpern. Was hier auch noch zu sehen ist, dass da keine verglasten Vitrinen sind. Ich habe damals angenommen, dass hier keine Spiegel waren, aber auf das gehe ich kurz noch ein. Später sind eben diese Klappe, die nach unten nicht aufgeht, die man zu sich herziehen muss, eingebaut worden, offensichtlich. Das ist dieses Klapptürchen. Die Bar übrigens, kann man bei der Gelegenheit sagen, das ist der Fußboden, der hier sichtbar ist, dann ist hier ein Absatz, das ist die Bar, die 106 Zentimeter hoch ist, also wesentlich niedriger als heute Bars sind, im Neufahrt sind zum Beispiel schon, dass Leute schon in den letzten Jahrzehnten, zumindest im westlichen Zusammenhang, im asiatischen Zusammenhang ist es nicht ganz so der Fall, Leute einfach größer geworden sind. Seit meiner Ausbildung war die Normhöhe einer Tür, die lichte Türhöhe noch 196 oder 194 sogar und ist inzwischen, wie Sie wissen, auf 200 angestiegen und wird wahrscheinlich, man ist gut beraten, wenn man heute bei Türen schon 205 vorsieht. Auf dieser Karte ist eine Postkarte von Loos an Karl Kraus in Scheveningen, lieber Karl Kraus, ihr schreibt da Gruß Loos, Altenberg hat hier auch unterschrieben, ergeben es der Diener, PA und andere Unterschriften, die mir nicht bekannt sind, aber da sieht man auch diesen Zustand von 1909, wie alle Fotos, ist dieses Foto massiv retuschiert, also Sie sehen da eine helle Kante, die es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt, da gibt es auch helle Kanten, jedes Foto ist damals routinmäßig, das hat zum Metier gehört, retuschiert worden, man sieht aber immerhin, dass diese Wand eben geschlossen ist, dass die entsprechend der ursprünglichen Absicht die äußere Tür hier sich befunden hat, dann ist man da innen her gegangen und hat diese innere Tür dann so geöffnet, dass man knapp an der Bar am Ende der Bar die Tür vorbei bewegt hat, es ist eine linke Tür, also die geht so her auf. Dieses Portalbild zeigt aber schon den mittleren Eingang, Sie erinnern sich, bei Ruckschuh gestern haben Sie eine Version gesehen, wo kurz nach der Verlegung des Eingangs, des regulären Eingangs von hier nach hier da zwei Pfeile sind, dass die Leute auf der Seite hineingegangen sind, in die Mitte finden. Das ist eine Zeichnung von mir, wenn man diese Wand innen wieder herstellt, eine rechte Tür, die den Eingang so wieder machen, in diesem verspiegelten Vorraum, sodass man also nicht zur Bar hin aus dieser Tür heraus geht, sondern von der Bar weg. Was eigenartig ist, ist diese Zone hinter dem Hauspfeiler, der ja da den Durchgang abschneidet. Ruckscher hat erwähnt, dass hier ein Schiebefenster war, man konnte diese Tür also aufmachen und da immerhin erreichen, dass Luftzug hereingekommen ist, aber mit dem Raum hat man eigentlich nichts anfangen können. Ein Konservator des Denkmalamtes hat einmal angenommen, dass da ein Türsteher stehen konnte, aber der hätte auch wenig Aktionsmöglichkeiten gehabt, weder ins Lokal noch zu dem tatsächlichen Eingang gehen konnte. Was hier dazugezeichnet ist, ist die damals vor der Restaurierung schon fehlende, schon längst fehlende Portal Schild Ausbildung, die ja so ausgesehen hat, es hat sich in diesem, also was man hier sieht, ist, dass es da eigentlich zwei Schilder gibt. Das Schild da, das man jetzt kennt von Los, ein sehr lebendiges, frivoles, geradezu Schild, das nach diesem Eingang in diesen klassischen Innenraum mit diesem klassischen Innenraum einen Gegensatz gebildet hätte, aber da oben in der Portalzone noch einmal eine Beschriftung, deshalb auch die zwei Namen, die einerseits American Bar, andererseits Kärntner Bar, und diese Beschriftung hat zu dieser Portalzone gehört, die mit dem Haus miterrichtet wurde, die auch bis ins Mezzanin gegangen ist und los hat eben diesen Teil dieser bestehenden Portalzone seinen Abschnitt verwendet für das Wort American Bar, hat aber drunter eben diese aus Bruchglas bestehende mit der fast nicht am ersten Blick leserliche Schrift Kärntner Bar verwendet. Das ist also ein späterer Zustand, der schon dem entspricht, den wir dann vor der Restaurierung vorgefunden haben. Da sind also in die in diese zwischen diese Pfeiler hinter der Bar Vitrinen eingebaut, die als Rückwand einen Spiegel haben. Ebenso finden sich da schon diese Klapptürchen. Die Klapptüren sind ganz sicher von Lohs, aber Lohs hat ja auch später in der Bar verkehrt, er hat diese Vitrinen vielleicht nicht gezeichnet oder auch nur skizziert, aber er hat sicher erlebt, dass diese Vitrinen hineingekommen sind. Die sind auch in einer Bar fast unabdingbar. Es ist eine gewisse Schwierigkeit, wenn man Getränke in einer Bar nicht wegsperren kann, weil jeder, der die Bar führt, der führt es ja nicht 24 Stunden oder die ganze Öffnungszeit hindurch, sondern es arbeiten da verschiedene Schichten und die müssen einen Stand aller Getränke übergeben und der Nächste muss diesen Stand übernehmen und muss es absperren können, sonst kann sich ja jeder da irgendwann der da hineinkommt, Betriebsfremder oder Lieferant oder wie immer, kann sich da was einschenken und dieser Stand, den der Barkeeper ja abrechnen muss, der fällt dann. Also diese absperrbaren Schiebetüren waren einfach notwendig. Die sind eben auch schon in diesem Foto von, das ist ein Foto von das mit Gerlach beschriftet ist, also auch noch in den 70er Jahren die noch bestehende Firma Gerlach zur Verfügung gestellt hat und eben durch einen Stempel autorisiert hat. Da findet man Barhocker. Los hat mit Recht gefunden, Barhocker braucht man nur in einer Bar, wo niemand drin ist. Denn wenn Gedränge herrscht und das Gedränge muss man sich auch eben vorstellen, eben deshalb, weil die Klapptürchen notwendig sind, Hocker in einer Bar nur im Weg. Das ist also dieses etwas bessere geprintete Foto von Gerlach mit im Originalzustand, wie also Gerlach das aufgenommen hat und das war wahrscheinlich schon für die Kulka-Band von Los wieder verwendet und ist retuschiert worden. Das ist dieselbe Foto retuschiert als das Altenberg Porträt, das damals schon weg war und durch eine Landschaft ersetzt, war wieder eingesetzt, allerdings ohne den Rahmen, ohne den breiten Rahmen, der damals bestanden hat und wenn man da schaut, da ist eine vertikale Fläche hier plötzlich zu einer horizontalen Fläche umgedeutet, die Hocker sind weg retuschiert und auch später noch in der Literatur kommt immer wieder auch ausschnittweise dieses Foto vor. Zu dieser Zeit, in diesem Zustand war die Tür hier bereits entfernt, Ruckscher hat das gestern auch gezeigt, Sie erinnern sich, vorher war diese Wand geschlossen, hat also diesen Idealzustand eines Prismas mit den drei regelmäßigen Deckenfeldern vollständig wiedergegeben, auch durch seine Abschlüsse. Es ist aber immerhin möglich, das habe ich vorher bei der Senkrecht-Perspektive nicht gesagt, möglicherweise hat hier eine vielleicht nur unten bestehende Öffnung im ursprünglichen Zustand, wo der äußere Eingang auch hier war, ermöglicht, dass man hier Ware, Fässer, Kisten von hier durch diesen Eingang direkt hinter die Bar befördern konnte, denn dieser Platz, dieser Durchgang zwischen der Bar und dieser Wand ist sehr schmal gewesen. Hier sind dann, das ist also eine Zeit, wo hier Schallplatten, Schellachs gelagert waren, das Lüftungsproblem ist da einmal angegangen worden, da fehlt ebenfalls aus Lüftungsgründen ein Feld, da sieht man von dem American Bar Schild im Spiegelbild das hier richtig erscheinende A. war. Das ist also eine Aufnahme dieser Zeit eben von 1977 diese Tür ist die äußere Tür, die innere Tür besteht nicht und ebenso ist da offen und eben abgeschlossen, aber jedenfalls nicht baulich abgeschlossen. Das sind behelfsmäßige Blitzlichtfotos dieser Schiebetüren und Vitrinen und eine Aufnahme dieser Vitrinen, von denen man möglicherweise annehmen kann, dass Lohs sie zumindest geduldet hat. Es ist da überhaupt eine Frage von ist eine Auffassung von Architektur, die also Lohs zum Teil, vor allem der Lohs Bar durchaus entspricht. Es gibt auf der Lohs Bar, das merken Sie, wenn Sie dort Lüftung hineinplanen wollen, es gibt dort keinen Quadratzentimeter, der nicht durch das Raumkonzept definiert ist und man kann dem praktisch nichts, man kann vielleicht Hocker, die aber lautlos gar nicht hineinkehren, verrücken, aber man kann die Tische nicht verrücken, man kann die eingebauten Logen nicht verrücken, das Einzige, was man bewegen kann, ist das Geschirr mit den Speisen und Getränken. Oder es gibt eine andere Architekturauffassung, die mit dem Kontext arbeitet. Robert Venturi hat vom Zuckerlautomaten gesprochen, den das Gebäude aushalten muss. Ich verwende da ganz gerne ein Beispiel von Palladio, eines der, wie soll ich sagen, der inkunablen Gebäude der Hochrenaissance, schon eigentlich des Manierismus, der aber interessanterweise ein Umbau ist, das ist nichts anderes als die statische Sanierung dieser mittelalterlichen Halle und Palladio hat das so publiziert. In Wirklichkeit besteht, das ist zwar das Erdgeschoss, aber immerhin sieht man, dass diese ganze Arkade überhaupt nur auf drei Seiten besteht, da ist ein Riesenniveau Unterschied, diese Seite ist, da ist die Straße viel tiefer als da, deshalb diese Stiegen, da rückt ein anderes Gebäude nur ein paar Meter oder in den Meterbereich von diesem Gebäude hin und dann gibt es hier parasitäre Einbauten da drinnen. Also würde jetzt eine, was ist von einer Rekonstruktion gefordert, müsste man die eigentlich entfernen oder hält das aus? Es ist das eine Maßstabsfrage, weil diese Architektur hat ja eigentlich einen städtischen Maßstab, in der solche Einbauten dann auch wieder verträglich sind, wenn sie auch dem Konzept widersprechen oder es vielleicht sogar ausnützen. Ein Gegensatz, den ich auch sehr gerne bringe, das ist aus der Josef-Frank-Ausstellung von vor fünf Jahren, wo ja ein begleitender Traktat sozusagen war, mit Vergleichen, wo hier Hofmann und Lohs mit ihren wichtigsten großen Gebäuden verglichen sind, auch mit Sesseln, die also verschiedene Anmutungen auch in ihrem Verhältnis zum Buchholz haben, aber man sieht da zwei Auffassungen, also diese Möbel haben bei Lohs auf jeden Fall eine andere Stufe der Authentizität als das Gebäude, als das, was fix ist. Hier ist, die Möbel, die haben hier einen anderen, die sind tatsächlich mobil, während man sich bei Hofmann eigentlich nicht vorstellen kann, dass man für ein Foto im Palais Stocklet diese Sessel nicht in eine Reihe gestellt hätte. Also Hofmann macht da etwas, was Josef Frank später kritisiert hat, als mit Möbeln Architektur machen zu wollen. Also die Frage ist, was ist da jetzt zulässig? Ich habe damals anheim gestellt, dass man diese schon aus betrieblichen Gründen diese Vitrinen belässt. Auf keinen Fall hätte ich, das war auch nicht ersichtlich, ich habe das vorher nicht erwähnt, es war nicht ersichtlich auf den alten Fotos von 1909, ob diese Gläser da in zwei Reihen stehen oder ob es da wirklich Spiegel gibt. Jedenfalls habe ich angenommen, da sind natürlich keine Spiegel dahinter, der Los hat sich mit diesen verspiegelten Vitrinen abfinden müssen, aber jedenfalls hätte ein Spiegel da unten, die Illusionsspiegel oben, ja geschwächt und also waren für mich dort ausgeschlossen. Aber man kann sich eher aufgrund von Autoentwürfen von Olbrich wie dieser hier oder eben eines späteren Autoentwurfs von Gropius geschlossen, also Los hätte sich mit einem Auto nicht beschäftigt, weil diese Zwischenstufe, dass sie aus dem Auto eine architektonische Intervention mache und diese Stufe bei Gropius, die mit der Architektur, mit einem stehenden Gebäude wirklich nichts mehr zu tun hat, diese Stufe dazwischen, in die hätte sich Los nicht eingemischt. Aber was findet Ruckscher dann bei seiner späteren Dissertation im Los Archiv einen Autoentwurf sogar mit der Beschriftung Lanscher, das ist diese obere Skizze und dann bei der Los Ausstellung haben wir das sogar als Modell gezeigt. Also man kann glauben, man hat seinen Los verstanden, aber man kann sich auch irren. Jetzt das Portal. Was ich tatsächlich gemacht habe in der Folge, in anderen Zusammenhang, ist die Wiederherstellung dieses Portals und zwar für die Ausstellung, die von Hollein gestaltete Ausstellung Traum und Wirklichkeit. Da sind zwei Portale rekonstruiert worden, eben das von der Losbar, schon im Hinblick darauf, dass es einmal am Original angebracht wird, es ist also nicht als Ausstellungsobjekt rekonstruiert worden, sondern schon für die Anbringung im Freien. Das zweite Portal, das Adolf Grischanitz rekonstruiert hat, war das Zeitportal, das Portal der Zeitschrift Zeit von Otto Wagner, wo das Lokal ja nicht mehr besteht und wo also eine Anbringung in Wirklichkeit nicht ins Auge gefasst werden konnte. Das ist also diese Portalzone, die ich vorher schon erwähnt habe, die Los verwendet hat und das ist Los vorspringendes Prisma Schild. Das ist übrigens eine Aufnahme von Fred Hennings, das ist ein Burgschauspieler gewesen, der in den 40er Jahren sehr viele dokumentarisch außerordentlich wichtige Bombenschäden in Wien fotografiert hat. Hier ist kein Bombenschaden, aber es ist ein Foto aus den 40er Jahren, Sie sehen da Wehrmachts Angehörige und dieses Portalschild und auch die ganze Fassade, auch der Stein, ist damals als Bedarf, da sind ja viele Denkmäler eingefasst worden mit Bombenschutz, also wenn sie nicht direkt von einer Bombe getroffen werden, der Schaden möglichst gering ist. Das ist eine Einreichung aus 44 für eine Vorsatzschale aus Ziegeln, aus Ziegeln, das ist eine Ziegelwand, das ist eine sehr kontrastarme Kopie dieses Einreichplans und wie man da sieht, hätte dafür oder hat dafür, das ist ja gebaut worden, dieser Splitterschutz, hat dafür dieses prismatische vorspringende Schild abmontiert werden müssen und ist irgendwo möglicherweise im Keller gelagert. Ein Architekt Adolf Kautsky hat diese Demontage offensichtlich vorgenommen und hat das Schild aufgenommen. Genau, das sind also die Bruchsteine, er hat das gefärbt in dieser eher unwahrscheinlichen Weise, dass das eine amerikanische Flagge sein soll, das hat man ja, sieht man ja auch schon auf den Fotos und dass deshalb diese Streifen also kaum blau waren, während das sehr wohl ein Blau aus Bruchsteinen sein konnte, das geglitzert hat, durch die Glühlampen, die dahinter befestigt waren. Er hat auch einen Buchstaben also detailliert, wie das ausgeschaut hat und hat das also dokumentiert, wie das gesehen hat. diese Portalzone hat also schon, dieses Schild ist abmontiert worden und die ganze Portalzone hat zurzeit in den 70er Jahren nicht mehr existiert, das ist das damalige Portal, der Losbar mit den vier nach wie vor dort stehenden Pfeilern, aber über die ganze Länge fehlt bereits diese Portalzone, dieses obere Portal Schild erst hier dann, da sieht man noch das Hausdor, Entschuldigung, das ist da, also hier sieht man noch das Hausdor, am Hausdor hat diese Portalzone dann wieder begonnen und noch bestanden, das ist das Hausdor, das zu dem rechtsliegenden Stiegenhaus führt, wenn Sie sich an den großen Grundriss erinnern, und da bestand dieses Schild noch hier mit der Adresse und ging da weiter. Dieses Schild, also diese Detailausbildung dieses Schildes haben wir aufgenommen in der Annahme, entweder wird das, stellt man das am ganzen Haus wieder her, oder wenn nicht, was soll man sonst machen, als dieses Portalschild so herstellen, wie es offenbar war. Das ist also die dieser Teil, der noch bestanden hat, der da aufgenommen ist und der hier wieder hergestellt wurde, das ist natürlich ein Halbfabrikat gewesen damals und man steht vor dem Rekonstruktionsproblem von Arbeiten des 20. Jahrhunderts, etwas, was damals als Halbfabrikat vorhanden war, hat man dann müssen, bildhauermäßig handwerklich als Einzelstück herstellt. Das ist also das rekonstruierte Portal, zu dem ich da nur sagen will, dass da natürlich Glühlampen hineingehören. Leider sind jetzt in diesem Portalschild Leuchtstoffröhren montiert, die dieses Bruchglas nicht zum Glitzern bringen und man kennt jetzt natürlich, das ist wie wenn ein flaches Glas drinnen wäre, der Zweck dieses wiederhergestellten Bruchglases war ja, und es müsste sein, dass es glitzert. Ja, dieses Portal ist also für die Ausstellung Traum und Wirklichkeit hergestellt worden und ist dort 85 von März bis Oktober gestanden, ist dann nach Paris gegangen, das ist während der Ausstellung und ist dann zurückgekommen und die Losbar war eben noch immer nicht so weit, dass sie restauriert worden wäre, sodass das Portal ungefähr zwei Jahre im Hof, im Arkadenhof des angewandten Museums gestanden ist da sind Postkarten des Museums, wo Museumsbestände auch vor diesem Portal fotografiert haben und dann ist es also von Burkhard Ruggio in dem Sanierungsprozess montiert worden und da hat sich herausgestellt, dass inzwischen sehr wohl diese Portalzone wiederhergestellt worden ist, allerdings falsch schon natürlich ohne das Zink-Profil oder Zinn sogar das da oben bestanden hat, sodass jetzt dieses Portal eben das Einzige ist, dass der alten Portalzone entspricht, aber nicht zu der neuen passt. Ja, also da sieht man eben diese leichte Diskrepanz. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen, rasch, die auch wieder mit dieser Authentizitätsfrage zu tun haben, nämlich die Tische, diese Tische, die da bestanden haben, das ist der Tisch, der da aufgenommen ist, den es in einem Privatbesitz so gibt, wo diese Höhe wesentlich höher ist, als sie im Lokal zu finden ist. Aber vor einigen Jahren ist ein solcher Tisch bei Subal in der Weiburg Gasse gestanden und man muss auch sagen, dass in der Nacht der Restaurierung dieser Tisch eine Zeit lang gefehlt hat. Den hat Miriam Kohn eine Zeit lang weggestellt, damit da mehr Stehplatz ist. Jetzt steht er wieder dort, aber in der Form, die mit dieser geringen Höhe des Holzteils, die auch jetzt eben drin ist und da möchte ich wieder auf einen Zug von Los hingehen, dass Los eigentlich die Maße, die genauen Detailmaße eines solchen Objekts ziemlich gleichgültig waren, das hat er unter Umständen auf einer Serviette skizziert. Wichtig war, dass eben die Gläser von unten beleuchtet sind, was ja mit dem 20 Jahre späteren Glas Entwurf von Los mit dem geriffelten Rand unten an diesen Gläsern und die natürlich keine solchen Tazeln die das Licht wegnehmen vertragen. Dieser Effekt des Lichts auch auf die Gesichter von unten war Los wirklich wichtig. Ein Beispiel sind die Blumenkästen am Los Haus, die zunächst nicht da waren, dann von Los im Zuge dieses Streit, vorgeschlagen wurden mit dieser Skizze auf einer Postkarte, da hat er Fahnenstangen oder irgendwas und Skulpturen oder was das war vorgeschlagen, aber tatsächlich hat er zunächst einmal die da, diese fünf montiert und hat damit erreicht, dass er dann nur weitere vorgeschrieben bekommen hat, aber diese weiteren sind auch wieder nicht maßlich entsprechend den unteren. Die Ringe da oben sind kleiner und diese Körbe sind niedriger, also sind aus Bronze, sind Blumenkörbe sind niedriger und hängen näher unter den Fenstern. Also solche Details waren los ziemlich gleichgültig. Am Schluss möchte ich nur eine Sache noch erwähnen, die also neben dem Brandschutz Abschluss eigentlich aus meiner Sicht bis heute nicht gelöst sind, aber vielleicht kann Herr Ruckscher da noch was dazu sagen, also außer diesem Brandschutz Abschluss ist die Frage der Decke. nicht gelöst. Ruckscher hat erklärt, warum hier eine Ornamentleiste ist, ich vermute dies aus Bronze, weil nämlich der Schnittspalt zwischen den auseinandergesägten Teilen dieser Platte, die ja eben aus einer Platte gesägt sind, weil der verdeckt werden musste. Aber diese Decke war damals, das ist unsere Aufnahme der Deckenschäden. von 1977 und man konnte damals die Befestigung dieser Decke überhaupt nur mit einem Spiegel und einer Taschenlampe da hinein eruieren und worin die besteht ist, dass links und rechts dieser strichlierte Stahlträger oder damals noch Eisenträger erst seit 1924 nennt man schmiedbares Eisenstahl also dieser Eisenträger da drunter war zweimal in der Längsrichtung auf denen sind jeweils ein Doppelter Träger in der Querrichtung gelegen auf denen diese Steine hängen weil das ist ja eine Ideal Vorstellung da gibt es einen Stein der über diese Breite über diese Länge trägt das ist natürlich unmöglich ebenso ist unmöglich dass ein Stein leuchtet aber der Onyx über der Eingangswand ist so dünn geschlitten dass man sowohl das Tageslicht wie eben das Portalschild Licht da durch sieht also unmögliche eigentlich unmögliche Zielsetzungen die er aber erreicht hat also diese Balken hängen an diesem doppelten I-Träger mit dieser Abhängung da aber schon wie das befestigt ist konnten wir nicht feststellen und also ich glaube dass man ich weiß nicht ob das damals gemacht worden ist ich vermute nicht aber ich glaube dass man nach 100 Jahren einmal hineinschauen muss was an diesen wie diese Konstruktion auch die Eisenträger sind schließlich können auch rosten auch wenn sie nicht dem Wetter ausgesetzt sind also das sollte man einmal untersuchen wie das geht nur indem man zumindest den Teil eines solchen Feldes herunter nimmt ja also das ist die Bar heute die Tür führt jetzt da wieder die ist ausgehängt die innere außerdem sind da gegenüber wie gesagt habe ich mich geirrt hinter den Vitrinen sind da auch nicht Illusionsspiegel die nur die Flaschen spiegeln da herinnen haben sie aber keinen Sinn außerdem vielleicht dass bevor man da aufs Klo geht dass man sich da im Spiegel schauen kann und man sich auch frisieren muss aber das würde man auch sehen wichtig ist ja nach wie vor dass man von unten herauf kommt und dann eben diesen Raum von unten sieht und dann gegenüber dieser Enge dieser Stiege die ist glaube ich nur 60 Zentimeter diesen Raum viel größer erlebt das ist ja auch so dass man in ein Lokal wenn man die Toilette aufsucht vielleicht zum ersten Mal drauf kommt dass man betrunken ist ja das ist dieser dieser Blick und jetzt in Corona Zeiten ist da überhaupt entlang der ganzen Bar das ist die Oberkante ist da ein Glas eingesetzt weil man sonst die Bar nicht hätte benutzen dürfen ok danke vielen Dank Herr Tschech für die Ausführungen wir haben noch für ein oder zwei Tage noch mehr Zeit gibt es hier das Herr Utsch ich bin froh dass wir das gemeinsam ich fange mal an damit dass ich erst vor drei Wochen wie sie mir circa vor drei Wochen eine E-Mail geschickt haben mit andeutungsweise der Vorgeschichte von ihren Studien zu dieser Restaurierung erfahren habe ich war damals auf der Baustelle im Lohshaus zweite Stufe da kam ein Mann zu mir und hat gesagt er ist der neue Besitzer von der Lohsbar und ob ich da die Renovierung machen wollte ich habe das dann angeschaut und habe gesagt ja mache ich gerne und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt was sie da vorher schon geleistet haben das wäre natürlich wichtig gewesen obwohl auch die Zeit nicht vorhanden war da viel einfließen zu lassen also es war eigentlich ja nur eine Renovierung und keine grundlegende Neukonstruktion bis auf die Eingangssituation und die Vitrinen zu den Vitrinen möchte ich sagen dass sie war ja eine American Bar und diese Portalzone die obere die sie angesprochen haben war ja bei diesen Fassaden immer nur die grobe Orientierung was für eine Branche darunter vorhanden war das heißt American Bar und darunter war die Kärtner Bar aber die American Bar war ein Stil das ist ja ganz klar und los hat diese American Bars kennengelernt in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts und ich komme wieder auf die Westernfilme zurück dort gibt sie ja dort sind diese Bars ja noch sehr lebendig immer zu besichtigen da gibt es eben hinten nur Stellagen und ein paar verschiedene Flaschen also die Varianten die Varianten die wir heute finden da in dieser Losbar dass da hunderte verschiedene Alkoholiker ausgeschenkt werden war ja damals nicht üblich da gab es ein paar Whisky Sorten und ein paar Gin oder was weiß ich andere man hat auch das Geld vorher hinlegen müssen bitte auf den Bar in einem amerikanischen Bar hat man das Geld vorher hinlegen müssen egal an Geldschein es war vor allem auch die Vitrinen waren ja nicht notwendig weil die waren ja viel großzügiger die haben nicht am Abend einen Kassastand wie viel getrunken worden ist übergeben sondern das hat ja auch nicht so viel gekostet damals also ich habe gefunden es wäre wichtig diesen American Bar Aspekt wieder herzustellen und weil sie gesagt haben sie haben nicht war nicht der Meinung dass da unten Spiegel gewesen sind wegen dieser Raumillusion aber die waren ja in der unteren Zone und durch die Spiegel Reflexe hat man die ja nie gesehen auch in den Oberen also der Raumeffekt wäre nicht zu ruinieren gewesen wegen der Decke die Decke hat für mich damals noch einen sehr guten wenn auch sehr verschmutzten Eindruck gemacht und ich habe mich nicht getraut da irgendwas rauszunehmen und nachzuschauen es war es war keine Stelle zu sehen wo irgendwie eine Absenkung zu bemerken gewesen wäre also ich habe das nicht gewagt dort zu öffnen weil wo öffnen sie sie müssten ja dort anfangen zu öffnen wo der Steinmetz der das aufgehängt hat aufgehört hat und das ist nicht so leicht das alles zu finden und ich glaube nicht dass die E-Träger durchrosten dort weil sie ja die E-Träger nicht aber die dazwischenliegenden Platten wie die halten weiß man nicht ja das ist mit Draht abgehängt und das ist sicher damals sehr sehr ordentlich gemacht worden weil sie ja über 100 Jahre naja das hat man aber eben bei dem Hineinschauen nicht festgestellt das ist interessant also mir tut es leid dass wir damals nicht diskutiert haben öfter oder gesprochen haben weil ich habe wie ich das übernommen habe überhaupt keine Zeit gehabt mich vorzubereiten also nicht wie beim Loshaus jahrelange Forschung so wie sie jetzt wie ich gehört habe die losbar gemacht haben war hier für mich nicht möglich aber es wäre natürlich ein Idealfall gewesen ja ich glaube ich glaube nur jetzt ist ja wieder fast ein halbes Jahrhundert vergangen dass man dass man es einmal anschauen sollte also ich nehme mit dass man beim nächsten besuch vielleicht eher am rand bleibt dann wenn man die losbar besucht nicht am rand des raumes steht gut vielen dank nochmals reinhard franz von mark eine recherche frage vielleicht an die beiden herren die mit der losbar so beschäftigt waren herr tschech sie haben gerade sehr schön gezeigt diesen vorentwurf von los den er zeichnet die american bar im café america haben sie jemals ich habe die frage nicht gestanden auf einem auf einer skizze zeichnet er offensichtlich auf einem papier eines cafés da steht café america drauf das finde ich natürlich sehr interessant kennt man das vielleicht weiß der Herr Ruck über die biografische das hat es hat irgendein geschäftsmann ich glaube für seinen sohn eingerichtet dieses lokale und es kann durchaus sein dass der woanders ein café america gehabt hat und dort eines dieser gespräche stattgefunden nur ein bombo was mir aufgefallen ist in der russischen Markus Christian Albertina es freut mich dass die zwei Herren nach einem halben jahrhundert zueinander gefunden haben ich habe ein bisschen geforscht über die aber der Herr Burkhard Ruck weiß das auch der ursprüngliche Besitzer der American Bar war der Richard Ludwig Junior der Sohn von Richard Ludwig Senior dem bekannten Tischler dessen Bruder Bernhard Ludwig war das weiß die Eva Tillinger auch sehr gut und dieser Richard Ludwig Junior war ein fester Schlingel und hat das Vermögen seines Vaters fleißig verprasst und der in seiner Verzweiflung hat gedacht wenn der schon so ein Nachtleben hat dann mache ich ihm eine Bar gebe ihm das Geld für die Einrichtung einer Bar ich nehme an dass der junge Richard den älteren los kennengelernt hat bei seinen nächtlichen Streifzügen durch Wien und so ist diese Bar entstanden und mein Nachfahre von diesem Richard Ludwig hat mir da noch gesagt er hat herausgefunden die Lina los ist nach ihrer Scheidung nach Amerika gefahren mit einem Schiff dessen Namen ich nicht auswendig weiß und der einzige zweite Österreicher der noch mit an Bord war war Richard Ludwig Junior ich lasse dass jetzt ihre Fantasie war was sich da an Bord abgespielt hat und ja das alles steht ein bisschen in diesem spanischen Katalog der vor zwei drei Jahren in Barcelona und Madrid in der Losa Stelle war Vielen Dank auch für die Wortmeldungen und Ergänzungen Ja ich darf die nächste Vortragende vorstellen Frau Silvia Mattl-Wurm Sie ist Historikerin und Kunsthistorikerin war am Anfang ihrer Karriere auch wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesdenkmalamt anschließend viele Jahre Kuratorin im Historischen Museum der Stadt Wien heute Wien Museum 2004 übernahm sie dann die Leitung der Wien Bibliothek sie war dort verantwortlich für eine Neuausrichtung mehr oder weniger weg oder ergänzend zum Bibliotheksbetrieb zu einem Ort der Vermittlung und der Forschung Präsentation der Bestände wurde durch Ausstellungen Veranstaltungen und Publikationen ergänzt und wie wir auch schon gehört haben gestern durch die sehr wichtige Digitalisierung der Bestände Stichwort Lehmann Wien Geschichte Wiki der Geschichte der Losräume die auch von der Wien Bibliothek genutzt werden in der Patensteingasse widmete sie sich in mehreren Publikationen in den letzten Jahren und diese Wohnung ist von Los ist auch Thema ihres heutigen Vortrags Frau Mato Dorn Mato Mato kleinen Vortrag, dank auch an Burkhard Ruckschuh. Ich habe im Übrigen in die Zusammenfassung hineingeschaut in dieser Publikation, die wir damals gemacht haben. Das Vorwort stammt von dir. Also das Buch müsste angekommen sein. Ich habe so im Nachschwang des gestrigen Tages ein bisschen, ein paar Gedanken am Beginn zusammengefasst, was mir so durch den Kopf gegangen ist und was ich gerne abseits der zwei Boskowitz-Wohnungen sagen möchte. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich, sozusagen wie ich die Leitung der Bibliothek übernommen habe, eine restaurierte Wohnung vorgefunden habe, allerdings eine Wohnung, in der ziemlich viele Büros hineingepfercht worden sind und Sie wissen hier im Denkmalamt, wie das ist, wenn man sozusagen mit einem historischen Ambiente leben muss. Und ich hatte das Glück, dass ich dann eine sehr große Wohnung in der Nachbarschaft übernehmen konnte. Das war 2010 und konnte die Büros übersiedeln und es gab für uns diesen Spielraum und die Möglichkeit, eine museale Gestaltung dieser Wohnung auch zu machen. Aber noch einmal zum Nachschwang des gestrigen Tages ist es sehr oft der Name Franz Glück gefallen. Und dieser Name begleitet mich natürlich aufgrund der Wohnung, die sich im Historischen Museum der Stadt Wien befunden hat, leider derzeit nicht zu besichtigen, weil das Historische Museum der Stadt Wien, also Wien Museum ist derzeit eine Ruine, vielleicht hören wir noch etwas heute davon. Und ich war natürlich auch damals sehr, sehr glücklich, als ich da diese Boscovitz-Wohnung übernehmen durfte. Und der Franz Glück hat mich immer begleitet und ich habe es geschafft, irgendwie auch seinen Nachlass für die Wien-Bibliothek zu gewinnen. Breites Forschungsfeld, das da jetzt noch aufzuarbeiten wäre. Wir versuchen ja, diese Bestände möglichst öffentlich zu machen und möglichst bald in die Benutzung zu bringen. Corona ist uns jetzt da ein bisschen dazwischen gekommen. Und wir haben natürlich auch diesen Bestand Franz Glück, den Burkhard Ruck schon damals für seine Forschungen schon zur Verfügung hatte, aber der noch lange in Privatbesitz geblieben ist. Wolfgang Glück hatte den noch, der Sohn von Franz Glück und den konnten wir auch gewinnen. Das sind mehrere tausend Dokumente, persönliche Dokumente, Bauherrenkorrespondenzen, Briefe der Frauen, von allen Frauen sind sehr sehr intensive Briefe darin und viele Schriften natürlich auch. Falls Sie Interesse haben an diesem Bestand, bitte wenden Sie sich an Gerhard Murauer, der diesen Bestand jetzt in der Wien-Bibliothek betreut und der sich auch in die Losforschung jetzt sehr sehr stark eingearbeitet hat. Wir haben ja auch ein Buch herausgegeben zu diesem Bestand. Ja, Hermann Tschech hat sich so auf die Ausstellung Traum und Wirklichkeit natürlich auch berufen. Das ist mir auch gestern noch dann durch den Kopf gegangen, wie sehr eigentlich diese 80er Jahre und wie sehr auch diese Ausstellung, ich war damals 30 und durfte da mitarbeiten, wie sehr diese Ausstellung auch alles vorangetrieben hat. Ja, wenn ich, also ich habe das nicht mehr mehr so präsent gehabt, dass das Loshaus dann 1987, also in der Nachfolge eigentlich dieser Ausstellung restauriert worden ist und rekonstruiert worden ist und diese vielen Modelle, die gebaut worden sind, das Zeitpartei, die American Bar und viele andere, das Turnowski Zimmer, das aufgesteckt worden ist von Los in dieser Ausstellung. Da hat Hans Hollein, das kann ich jetzt nur so im Nachschwank sagen, schon einen großen, großen Anteil auch geschafft. Ja, zu dieser Wohnung jetzt. Sie ist natürlich im Vergleich jetzt zu dem Oeuvre von Los eine ganz kleine Sache. Sie ist allerdings sehr typisch für die Frühzeit. Ich habe mich dann darum bekümmert, weil es eine große, also ich habe gefunden, es gibt einen totalen Kuddelmuddel um die Datierung an dieser Wohnung und mir war auch von der Restaurierung sozusagen einiges ist für mich offen geblieben, aber da kann vielleicht Burka Druckschuh dann auch noch etwas dazu sagen. Auch eine Frage, die gestern angeschnitten worden ist und weil ich hier bin, sage ich das jetzt. Die Wohnung ist damals 1991 restauriert worden und wir sind auch immer wieder, wenn es Fragen gegeben hat, betreut worden von Mag. Hudrich war das hauptsächlich. Aber wir würden eigentlich für, also ich bin ja in Pension, wir würden eigentlich jetzt weiterführend eine Betreuung auch brauchen, weil die Restaurierung ist jetzt über 30 Jahre her und natürlich haben wir diese Wohnung auch benutzt ein bisschen. Sie sind, kommt in die Jahre und man müsste hier wieder etwas tun. Ja, aber jetzt zur Wohnung. Der Ausgangspunkt der Forschungen zur Wohnung Boskowitz 2 war mal der Stand der Dinge. Die Wohnung ist ja erworben worden durch die Stadt Wien Ende der 1980er Jahre, auch im Nachschwang dieses großen Aufschwunges und Traum und Wirklichkeit kann man sagen. Das war damals der Bürgermeister Ziel, gemeinsam mit dem Stadtrat Meier und Ursula Pasterk, die das möglich gemacht haben. Und das Haus, in dem sich die Wohnung befindet, gehörte und gehört noch immer der Stadt Wien und man hat ganz einfach die Mieter, die nicht mehr drinnen gewohnt haben, hinaus prozessiert. Die Restaurierung durch Burkhard Ruckschuh fand natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt statt. Mit der MA 19, MA 34, 1991 hat es dann die Eröffnung gegeben und man hat darin die Musiksammlung untergebracht. Die Musiksammlung der Wien-Bibliothek, also damals Wiener Stadt- und Landesbibliothek, unter dem, mit dem Gedanken, die Musiksammlung besitzt ja Schuhwert- Autografen, große Sammlung an Strauß und sind eigentlich Autografen von allen großen Komponisten da und man hat sich gedacht, dadurch werden auch internationale Besucher in die Musiksammlung kommen und dieses Interieur sehen können. Aber ich habe schon am Anfang skizziert, dadurch, dass so viele Büros dringend gewesen sind in diesen Räumen, war es natürlich kaum möglich und man hat kaum Führungen gemacht. Und wie gesagt, war es meine Aufgabe, das in Museal zu nutzen. Ich habe begonnen, mich dann 2011 ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, mit dieser Wohnung, aber für die, die sie nicht kennen sollten, zeige ich jetzt einmal, wenn es wahr ist. Jetzt brauche ich technische Hilfe. Sie können vielleicht drücken mit den Pfeilen. Nein, ich möchte das anklicken. Das ist die Eingangssituation, die Eingangsheile mit einer Kaminnische, dann haben wir einen Blick schon ins Loszimmer hinein. Es ist eine Amphilade, die geschaffen worden ist durch Adolf Los. Da haben Sie einen Blick in das Speisezimmer, das noch zur Gänze original erhalten ist. Und hier einen Blick auf das Buffet mit den Seitenkästen, Details von Fries. In diesem Speisezimmer der originale Luster, zwölfflammige Luster. Die Verspiegelung über dem Buffet. Und noch einmal das Buffet. Das Buffet ist da so zentral für mich, weil das jener Teil ist, der tatsächlich übernommen worden ist. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass es eben diese Verwirrung um die Datierungen gegeben hat. Und ich habe dann versucht, mit den Familien Wessner in der Schweiz und Boskowitz in Kontakt zu treten. Wie es so oft ist, sind diese Familienzweige total zerstritten. Und ich habe aber dann erreichen können, dass mir von beiden Familien viele Dokumente übergeben worden sind. Und die haben sehr viel Licht in die Datierung auch gebracht. Also durch eine Versicherungspolize sowie durch einen Pfund von Umbaurechnungen können wir etliche Eingriffe in dieser Wohnung Boskowitz II auf das Jahr 1927 beziehen. Die Versicherungspolize, warten Sie, ich zeige Ihnen das, wenn ich zurechtkomme. Die Versicherungspolize belegt eine, also die ist mehrseitig, die belegt eine ganz intensive Kunstsammlung, die sich in dieser Wohnung befunden hat. Skizzen von Martin Johann Schmidt, Reliefs von Georg Raphael Donner. Da ist im Übrigen etwas gerade aufgetaucht. Das hat ein Freund erworben, ein Ammerling-Porträt etc. etc. Und dieser Fund von Rechnungen belegt. Also da kann man ganz detailliert eigentlich die gesamte Einrichtung, die gesamte Übersiedlung der Wohnung Boskowitz, also des Speisezimmers in die Wohnung Boskowitz II in der Battensteingasse belegen. Also das ist ein Bündel von Rechnungen, ungefähr 70 Rechnungen. Es ist natürlich auch interessant, wie sie eingerichtet worden ist. Aber da ist alles drinnen, dass der Plafond abgetönt worden ist, dass die Kaminische ausgebessert worden ist, dass im Eckbalkonzimmer der Wohnung weiß und leicht Elfenbeinfarben gestrichen worden ist. Ebenso, dass die Fenster und Lamparin weiß Elfenbeinfarben gestrichen worden sind. Das Herrenzimmer hatte einen reich stockierten Plafond, der ebenfalls ausgestrichen worden ist. Die Wände wurden mit den aus der Frankgasse mitsamt den vergoldeten Spalierleisten abgenommenen roten Damast bespannt. Für das Speisezimmer, das Sie gesehen haben, stammt, ist die Wandvertefelungen aus Nussholz auf Mahagoni gebeizt, durch die Firma DEA Möbel GSMBH ergänzt. Viele Teile der Wandvertefelungen, und ich glaube, das muss man richtig stellen, viele Teile der Wandvertefelungen verblieben in der Wohnung Boskowitz 1 in der Frankgasse. Aber da wird Oliver Schreiber dann auch sicher etwas dazu sagen. Die Bau- und Stuckateurfirma Burien & Sohn war für die Neuherstellung des Lohschen Stubblafonds und des Frieses zuständig. Für den Kamin wissen wir, dass die Verkleidung, durch die Rechnungen, dass die Verkleidung übertragen worden ist aus der Frankgasse. Sogar zu den Dauerbrand- und Tonöfenfabriksniederlage hat das bewältigt. Zwölf flammiger Luster, drei flammiger Wand, also die drei flammigen Wandleuchten sind ebenfalls original. Für die beiden Schlafzimmer des Ehepaars Boskowitz aus dieser Wohnung wurden die Möbel aus der Frankgasse auch übersiedelt. Allerdings die Möblage in diesen Räumlichkeiten, das belegen diese Rechnungen, waren so im Louis-Gains, Louis-Sais-Stil gehalten. Für mich ergibt sich daraus, dass eigentlich bis auf das Speisezimmer die Gestaltung eine sehr vielfältige, eine sehr dem aristokratischen Geschmack angepasste Gestaltung gewesen ist. Zum Zustand des loschen Speisezimmers in der Patensteingasse 9, also auf der Wohnung Boskowitz 2, ist zu sagen, dass übersiedelt wurde das Buffet, das Sie gesehen haben. Ich zeige es noch einmal her. Das ist ganz geklärt und die beiden Eckkästen, die übrigen Wandverdefelungen wurden hier auch in der Boskowitz Wohnung 2 ergänzt, weil eben dieser Großteil in der Wohnung Boskowitz 1 verblieben ist. Also in der Frankgasse 1. Übersiedelt wurde wie gesagt der Frist, die Kaminverkleidung sowie sämtliche Möblage. Das heißt der Esszimmertisch. Ich zeige das noch einmal her. Da sieht man ein bisschen was vom Esszimmertisch. Die Stühle, die Sofas mit dem grünen Sand bezogen ist noch der originale Stoff. Beistelltische sind übersiedelt. Ein großer Tisch, der in der Art eines späteren Elefantenrüsseltisches gemacht ist, der zöllflammige Bronzenluster mit Stoffschirm und Mobiliar von Friedrich Otto Schmidt. Im Übrigen ist auch der Teppichboden übersiedelt worden und der ist ja dann bei der Restaurierung gestückelt worden. Man hat Teile, also die noch guten Teile im Speisezimmer zusammengefasst. Wie gesagt, inwieweit Lohs selber in den Umbau der Wohnung Badensteingasse 1927 eingebunden war, das bleibt für mich, ich bin Historikerin, aufgrund der Umbaurechnungen eigentlich unklar. Lohs lebt in dieser Zeit in Paris. Er kommt zwar öfters nach Wien, aber es lässt sich, wie gesagt, durch Archivalien nicht belegen. Eine Zusammenarbeit Lohs und Boskowitz, also das Bauherrn, lässt sich insofern belegen, weil wir in diesem Nachlass Franz Glück auch zwei Briefe von Elsie Altmann Lohs gefunden haben, wo sie den Lohs sozusagen angeht, er soll sich doch um seine Bauherren kümmern und da wird zweimal auch in einem Brief am 9.7.1921 und am 26.7.1921 daran, also ist das festgehalten. Das war für uns ein Detail, das für uns sehr wichtig war und was auch, also in diesen ganzen Umbaurechnungen kommt der Name Lohs nur ein einziges Mal vor. Es kommt nur bei der Übersiedlung des Frieses vor. Da steht, der Lohsche Fries wird übersiedelt. Ja, vielleicht ganz kurz etwas zum Bauherrn. Ganz einfach, weil es sich um einen ganz typischen Bauherrn handelt. Friedrich Boskowitz war, stammt aus einer jüdischen Zuwandererfamilie aus Temmelschwar und sehr prominente jüdische Familie, eine in Wien und zieht dann 1907, 1908, wo er schon sehr arriviert gewesen ist in die Frankgasse 1. Also das lässt sich sehr gut belegen aufgrund dieser ganzen Eintragungen, die man sehr gut findet im Lehmann in den Wiener Adressbüchern. Und mir scheint es daher wichtig, also diese Wohnung auf diese Zeit auch zu datieren. Also ich würde sagen, dass diese erste Wohnung Boskowitz schon 1907 bzw. 1908 von Lohs gestaltet worden ist und nicht, wie es in der Literatur häufig zu finden ist, erst dann in den 10er Jahren. Und auch, dass diese Übersiedlung nicht 1913 stattgefunden hat, sondern erst 1927. Die Tochter von Friedrich Boskowitz hat reich, eingeheiratet in eine Schweizer industriellen Familie auch. Ich erwähne das deshalb, weil die Wohnung dadurch vor der Arisierung gerettet worden ist. Die Familie Boskowitz war schon verstorben, aber die Familie konnte dadurch in die Schweiz ausreisen, verblieb während des Krieges in der Schweiz und hat die Wohnung dann auch wieder zurücknehmen können und war dann bis in die 80er Jahre, hat die Familie in der Wohnung auch, hat sie benutzt und teilweise drinnen gewohnt. Also zum Boskowitz selber noch, er ist dann aufgestiegen zum Präsidenten der Zellulosefabrik St. Michael in Leoben, gemeinsam mit der Familie Löw-Behr, hat er diese besessen und er war Kommerzialrat, Verwaltungsrat etc. Aber es ist ein typischer Lohscher Bauherr, es ist gestern, ich glaube die Eva O. Dillinger hat das gesagt, der Lohs hat, ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern, der Lohs sollte Leute um 500 Kronen einrichten und es sollte ausschauen wie 5000 Euro wert und ich glaube, das würde auch für den Boskowitz sehr gut zutreffen. Ich habe Ihnen allerdings versprochen, dass ich auch ein bisschen einen Vergleich zur Boskowitz Wohnung 1 auch Ihnen zeige, weil auch Oliver Schreiber dann darauf eingehen wird. Was mich verblüfft hat, war, wie ich dann bei Recherchen draufgekommen bin, dass es in dieser Frankgasse 1, wo diese Wohnung Boskowitz 1 gewesen ist, wo der Boskowitz eben seit 1908 gewohnt hat, bis 1927, dass es da zwei Loswohnungen nebeneinander gegeben hat. Das ist in der Literatur, in der früheren Literatur sehr verwirrend, weil auch Ralf Bock hat das noch anders angenommen für sein Buch und wir sind dann draufgekommen, dass genau in dieser Situation ehemals dieses Buffet gestanden hat. Diese Wohnung wurde durch Felix Augenfeld und Karl Hoffmann dann umgebaut und das Buffet wurde dann hier entnommen und diese Bücherwand wurde eingerichtet. Es ist wahnsinnig interessant, irgendwie diese Wohnung hat dann in diesen Archivalien hat sich eine Rechnung befunden, 40.000 Schilling waren das, sind bezahlt worden für diese Ablöse und niemand geringerer als die Muriel Gardiner hat diese Wohnung übernommen. Ich weiß nicht, ob das noch vielen etwas sagt. Muriel Gardiner war eine, stammt aus einer amerikanischen Familie, Wurstfabrikanten und sie war sehr europäisch orientiert, hat dann in Rom gelebt etc. und ist nach Wien gekommen, um bei Freud eine Analyse zu machen. Er hat sie abgelehnt und sie hat diese Wohnung gemietet. Muriel Gardiner war dann sehr lange im Widerstand tätig. Sie war mit dem Sozialdemokraten, revolutionären Sozialisten Joseph Butinger verheiratet und sie haben dann in 1939, weil sie aufgrund der jüdischen Abstammung gehen mussten, haben sie 1939 in Amerika geheiratet. Sie sind nach Amerika ausgewandert. Aber für diese Zeit 34, Bürgerkrieg in Wien, waren die beiden also ganz wichtige Angelpunkte. Ja, ich zeige Ihnen noch ein paar Fotos von der Wohnung Boscovitz I. Interessant auch, in dieser Wohnung, das wird sehr schrecken, war sehr lange und in der Nebenwohnung das Ägyptologische Institut der Universität Wien untergebracht. Und zwar seit 1939. Mit diesen Forschungen ist man eigentlich draufgekommen oder versuchte zu bereinigen, dass man in zwei arisierten Wohnungen sitzt und hat das dann, 2017 muss das gewesen sein, 2018 die Wohnung aufgegeben. Die Uni Wien hat selber eine Studie gemacht und ist dann ausgezogen und seither ist die Wohnung vermietet, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, da wird Oliver Schreiber dann noch darüber berichten, an einen Rechtsanwalt vermietet und alles weitere dann von ihm. Und ich möchte Ihnen aber noch die zweite Wohnung, die sich auf dieser Etage befindet, nah vorher noch die Wandvertefelung, weil die Wandvertefelung ist noch original von Adolf Loos, größtenteils. Sie ist eine Maragoni-Wandvertefelung, während in der Boscovitz-Wohnung 2 dann Nussholz verwendet worden ist, das auf Maragoni gebeizt worden ist. Interessant habe ich auch sehr diese Möbel im Vorzimmer gefunden. Ich habe die Wohnung besichtigt mit dem Christian W. Döring. Er konnte man natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt los ist oder nicht. Sie haben hier auch zwei Fotos noch von dieser Augenfeld-Gestaltung, Felix Augenfeld. Und da gibt es zwei Fotos im MAK, im Museum für Angewandte Kunst, die auch belegen und das Ausweisen, dass 1927 diese Wohnung umgestaltet worden ist. Ja, abschließend noch ein Blick in die Wohnung Horowitz, die sich eben auch auf dieser Etage befunden hat. Das sind die Türnummern 10 und 12 nebeneinander. Und da ist noch wahnsinnig viel Substanz da, finde ich. Viel mehr sind natürlich in der Boscovitz-Wohnung 1, wo ja ein Großteil übersiedelt worden ist. Aber durch die Benutzung der Universität, muss ich sagen, also wie ich das das erste Mal gesehen habe, war ich richtig geschockt, dass man mit historischen Möbeln und mit historischem Interieur so umgehen kann. Das ist die Vorzimmersituation in dieser Horowitz-Wohnung. Vielleicht zum Horowitz etwas. Er war Maler und Grafiker, Hagenbund-Mitglied. Er ist der Sohn des berühmten Porträtmalers Leopold Horowitz gewesen. Und er war ab November 1911 gemeldet in der Frankgasse. Man kann eigentlich relativ viel Stoff für die Loswohnungen aus diesen Lehmannschen Adressbüchern gerieren. Zum Beispiel auch, dass der Horowitz Nachmittag gewesen ist von der Mutter von Arthur Schnitzler. Die Einrichtung dürfte nach dem Einziehen 1911 von Los erfolgt sein. Wir haben auch einen Brief im Nachlass in diesem Franz-Glück-Teil von den beiden Horowitzen von ihm und seiner Frau Rose zum 60. Geburtstag von Los, wo sie schreiben, sie fühlen sich so wohl in dieser Wohnung, und verdanken dieser Ehe ihre Langlebigkeit aufgrund dieses schönen Ambientes. Ja, das war es. Sie stehen schon bei Fuß. Ich traue mir nichts mehr sagen. Ja, das war es von meiner Seite aus im Grunde genommen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Überblick bekommen, über diese, jetzt im Oeuvre von Los natürlich eine marginale Sache ist. Und ja, ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz kurz, falls es Fragen gibt. Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Ich glaube, das haben Sie in einer der Worten gesagt, auch nochmal vielleicht wichtig, dass eben Ausstellungen wie Traum und Wirklichkeit oder auch Eroberung der Landschaft in Niederösterreich ja wirklich auch viel sozusagen beitragen, um wieder auch Baukultur sozusagen wertzuschätzen und viel auslösen können. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Und als Kuratorin haben Sie das ja sozusagen selbst oft mitgewirkt. Und vielleicht auch noch etwas, was eben ein bisschen untergeht immer, die Losräume sozusagen, die ja sozusagen in der Wadlstein-Gasse sind ja der einzige Ort in Niederösterreich, wo man eine Loswohnung zum Besichtigen kann. Ohne sich vorzuanmelden. Ja, ja, und sonst sind ja alle im Privatbesitz und ich glaube, das ist eben, schreiben Sie auch einen geheimen Tipp, auch immer noch, sicher auch dem Umstand geschuldet, dass es sozusagen als Musiksammlung primär sozusagen genutzt wird und auch bekannt gemacht ist. Und ich glaube, das könnte man noch verstärken sozusagen, das ist eine tolle Einrichtung. Und es gibt sozusagen keine Losräume, die man besichtigen kann. Ich glaube, ich habe in Gerhard Murauer jemanden gefunden unter den Mitarbeitern der WIM-Bibliothek, der das perfekt irgendwie machen wird in den nächsten Jahren. Ja, ja, ja. Gut, gibt es noch Fragen? Ich will fragen mit Jana, ob existiert nicht zum Beispiel Rechnung zu dieser antiken Fries in der Badenstein-Gasse in Dokumente? Welche Firma hat das gemacht? Ja, das existiert. Das existiert? Ja, ja, also die das übersiedelt hat, ja, aber welche Firma? Ja, wie haben wir es gemacht, hat tatsächlich im Zustand, weiß ich jetzt nicht, aber dieser Fries, brauchen wir nur den Markus Christen fragen, existiert in vielen? An wen darf ich weitergehen? Nein, aber dieser Fries ist ja öfter, oder die Eva Ottilinger, der ist ja sehr oft verwendet worden. Ja, 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 wir haben in unserem Buch mit Frau Claudia Auinger diese Historie recherchiert, das kommt vom Krater Tovnei, ja, und das haben wir ein ganzes Kapitel, dankbar Markus Christen und dankbar Claudia. Ja, und ich wollte nur dazu sagen, zu diesem Thema von Karl Augenfeld und Karl Hoffmann, Felix Augenfeld und Karl Hoffmann ist in Brünn eine Villa Himmelreich und ganz unweit von Haus Duggenhardt im Schwarzwaldviertel. Und in unserem Buch, da haben wir erscheint jetzt zum, nicht nur Brünnerspuren von Adolf Loos, hat ein großes Text zu diesem Thema Iris Medr, unsere Kollegin, die ist schon nicht da, aber dazu nur für Information, ja. Ja, also alles. Dankeschön. Das ist mehr eine Anmerkung oder vielleicht doch auch eine Frage. Soviel ich jetzt auswendig weiß, der Josef Buttinger musste ja fliehen und nach Amerika, ich glaube nach New York und dort hat er wieder auf den Felix Augenfeld getroffen und der hat ihm sein Haus eingerichtet und seine Bibliothek und eben mit der Muriel Gardiner und ich weiß es nicht, aber du wirst das vielleicht wissen, gibt es einen Zusammenhang, dass der Felix Augenfeld auch schon die Wohnung da in Wien eingerichtet hat, weil die Muriel Gardiner dort gewohnt hat. Dann kann ich mich noch erinnern, weil das sehr beeindruckend ist, auch in dem Buch von unserem Freund Matthias Böckl, Visionäre und Vertriebene, ich glaube den Bürosessel von Sigmund Freud hat auch der Felix Augenfeld gemacht, das ist ein ganz tolles Stück einfach. Und was ich auch noch weiß, weil ich heftig gegoogelt habe, über die Muriel Gardiner, der Fred Zinnemann, ein österreichischer Regisseur, hat er einen Film gemacht über das Leben der Muriel Gardiner, der aber nicht Muriel heißt, sondern Julia. Dankeschön. So, wir kommen zu unserem nächsten Vortrag von Ralf Bock. Ralf Bock hat Architektur in Trier in Deutschland studiert, er war Mitarbeiter in Architekturbüros in Wien, Rom und in London. Seit 2013 ist er als freier Architekt in Wien tätig und seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit der Architekturmoderne, insbesondere mit dem Werk von Adolf Loos. Seine bisherigen Arbeiten umfassen einerseits die Forschungen zum Werk von Loos und auch Wiedereintdeckungen von bereits verschwunden oder zerstört geglaubten Loos-Interieurs, Publikationen. Da möchte ich darauf hinweisen, dass im Herbst auch eine überarbeitete Neuauflage seines Buches Adolf Loos Works and Projects erscheinen wird, sozusagen etwas fast noch rechtzeitig zum Jubiläumsjahr. Auch die Vermittlungstätigkeit in den letzten Jahren, eben gemeinsam mit dem Verein Architektur, möchte ich erwähnen, sowie das aktuelle Renovierungsprojekt, über das er auch sprechen wird, nämlich eben die Renovierung sowie Rekonstruktion der Wohnung Löwenbach in der Reischacher Straße. Und ja, ich würde Sie bitten, den Vortrag zu halten. Ja, verehrtes Publikum hier im Saal, liebe Loos-Familie und auch Zuschauer am Livestream. Als Mitorganisator dieser Veranstaltung oder als auch Ideengeber für das Konzept freue ich mich erstmal, dass wir so viel Verbindendes jetzt schaffen konnten. Das haben wir gerade eben erlebt, aber auch über die Generationen und über die Länder übergreifend, dass wir die Loos-Familie mal zusammengebracht haben. Und auch, was ich jetzt sehr schön finde, dass wir das Thema Loos-Bewahren-Erneuern auch aus verschiedenen Perspektiven erfahren, hören und wie sich das Ganze eben zu einem ganzen Puzzle zusammensetzt, wenn man sich dieser Loos-Restaurierung und der Bewahrung seines Erbes widmet, was man viele Bausteine wie beim Puzzle eben einfach zusammensetzen muss und das von verschiedenen Perspektiven eben betrachten kann. Ich spreche heute eben über die Wohnung Löwenbach, Emil Löwenbach, die Loos 1913 gestaltet hat. Sie war, ich möchte kurz beginnen mit dem, mit der Biografie eben, was ich über Emil Löwenbach herausfinden konnte. Er hat von 1869 bis 1934 gelebt, war also ungefähr gleich alt wie Loos gewesen, also sie war in gleicher Generation. Er wurde als eines von sechs Kindern des Textilfabrikanten Leopold Löwenbach und dessen Frau Babette, geborene Wolf, in der Hartgasse 21 geboren und dort ist er auch aufgewachsen im 18. Bezirk. Das ist jetzt eine interessante Adresse, weil im übernächsten Haus ist auch die Wohnung von der Familie Leopold Goldmann, die ja bekanntlich die Auftraggeber waren für das Lohshaus am Michaelaplatz. Also diese Wohnung Leopold Goldmann ist 1911 gestaltet worden, als Emil Löwenbach noch in der Hartgasse gewohnt hat. Es kann natürlich dadurch angenommen werden, dass er das gekannt hat, dass man sich hier gekannt hat und vielleicht da auch so der Kontakt zu Lohs entstanden ist. Was wir hier sehen, sind Archivaufnahmen eben aus der Albertina von Gerlach, die ich jetzt im letzten Jahr durch eine neue Software digital kolorieren konnte. Dass man ein bisschen auch einen Einblick in die Stoffe und in die Farbigkeit der Materialien nochmal kriegen kann, das hilft mir nochmal bei der Rekonstruktion sehr, weil ich jahrelang eben mit den Schwarz-Weiß-Archivaufnahmen gearbeitet habe und durch die Nachkolorierung sieht man doch noch viele weitere Details. Emil Löwenbach hatte 1908 einen Autounfall und ist nahezu erblindet. Emil's Vater starb 1914 im Jahr nach der Fertigstellung der Wohnung in der Reichsachstraße 3 im 1. Wiener Bezirk. Im Jahr 1913 beauftragte Emil Löwenbach also, bloß eine 450 Quadratmeter große neue Wohnung im Eckhaus Reichsacherstraße 3, Schalauzerstraße 4 zu gestalten und einzurichten. Das Haus war erst kürzlich von dem Architekt Wohlschläger, im Jahr 1907 hat er das eingereicht, fertiggestellt worden. Während die zwei älteren Brüder von Emil sich um die Textilindustrie in Nordbögen kümmerten und sie das Erbe des Vaters weiterführten, war, ist in der Biografie von Emil Löwenbach nur zu lesen, dass er als Privatier tätig war. Das ist sicherlich auch diesem Autounfall geschuldet, dass er fast erblindet ist. Deshalb, und das ist das einzige Bildnis, was von Emil Löwenbach erhalten geblieben ist, und das ist auch ein sehr Besonderes, es ist nämlich von Oskar Kokoschka und es hieß lange der Blinde, bis 1960. Dann hat man erst recherchieren können, dass das ein Porträt von Emil Löwenbach ist und es wurde auch von 1954 von Oskar Kokoschka bestätigt, dass das sein Werk ist. Ist ja eine klassische Situation, die wir eben kennen, dass Lohs den jungen Otto Kokoschka gefördert hat und immer wieder mit seinen Auftraggebern vermittelt hat, dass sie sich protetrieren lassen von ihm. Die meisten haben ja auch zugestimmt. Der Deal soll ja so gewesen sein, dass Lohs gesagt hat, wenn es euch nicht gefällt, dann übernehme ich das Bild und ihr müsst nicht zahlen. Und es war aber so, dass sozusagen die Bilder eben keinem Bauherrn so, glaube ich, gefallen hat und dass Lohs dann diese große Sammlung von diesem berühmten Kokoschka-Porträts bei sich hatte, die er später an Peter Kniesche verkauft hat. Seit 1914 war Emil Löwenbach in der Wohnung Reicherstraße 3 gemeldet. Er heiratete dann noch die Witwe Ida Ehrenfeld, als er in die Wohnung eingezogen ist, die mit dem angesehenen Budapester Kaufmann Sigmund Dagompa zuvor verheiratet war und sie brachte eine Tochter aus ihrer ersten Ehe mit ein. Die Ehe mit Emil Löwenbach blieb kinderlos. Die Bedeutung der Wohnung Löwenbach im Werk von Lohs und heute. Lohs hat ja insgesamt über 60 Wohnungen ausgestattet, wie wir auch der Auflistung von Herrn Ruckschirr verdanken. Und es sind ja noch ein paar in den letzten Jahren dazugekommen, die wiederentdeckt wurden. Und heutzutage sind ja auch nur noch Fragmente eben erhalten. Wir haben es gehört von der Wohnung Horowitz, von der Wohnung Boskowitz in Wien und diese Wohnung in der Badensteingasse. Es ist also nicht sehr viel erhalten geblieben von diesen Wohnungseinrichtungen in Wien. Ich hatte jetzt noch mal vor drei Jahren die Wohnung Alfred Kraus, das berühmte Eckzimmer, was Sie auch kennen von dieser Aufnahme von Gellach, entdeckt in der Moosgasse, Elke-Jakon-Gasse, das eigentlich auch als Verscheunen galt. Dort, diese Wohnung habe ich dann entdeckt und dieses Zimmer ist noch zur Gänze erhalten. Das sind aktuelle Aufnahmen, die wir von dem Zimmer machen konnten. Hier ist noch die komplette Wandverkleidung, auch die Deckenverkleidung und auch der Erke noch erhalten. Sieben auch die wunderschönen Marmorarbeiten, die besonders die geschwungene Form, die hier sehr besonders stark ausgearbeitet ist, auch in der Holzverteflung. Die Wohnung Löwenbach befindet sich in dem Haus von Wohlschläger hier im ersten Stock, was natürlich in Wien bedeutet, dass da erstmal ein Erdgeschoss ist, ein Halbstock und Mezanin und dann kommt der erste Stock und sie ging über die ganze Länge. Das ist eine aufgeklappte Ansicht. Hier ist der Eckturm und das sind dann links und rechts die Seiten davon. Die Wohnung wurde deshalb als verschollen erachtet, da es hier einen Bombentreffer hatte und in den 50er Jahren die Fassade eben stark vereinfacht wurde, als man es wieder aufgebaut hat. Das ist der heutige Zustand, den wir hier sehen. Und es wurde eben angenommen, dass dadurch eben die Wohnung Löwenbach nicht mehr erhalten geblieben ist. Aber zum Glück hat sich doch einiges noch erhalten, sodass ich es heute nochmal kurz vorstellen kann. Ja, in den letzten Jahren hatten wir in Wien nicht so viele neue Ergebnisse zu präsentieren von Restaurierung. Also unsere tschechischen Kollegen haben ja in den letzten zwei Jahrzehnten da sehr viel mehr Arbeit geleistet, eben in der Forschung, auch bei der Restaurierung, das haben wir auch schon gehört. Und jetzt freuen wir uns, dass wir in Wien auch nochmal eine neue Wohnung haben, eine entdeckte Wohnung, die wir jetzt wieder auf die Möglichkeit haben, erstmal durch das Bundesdenkmalamt das zu befunden und durch die Befundung auch die Motivation haben, da wieder zu restaurieren und die zwei Räume davon zumindest wieder nahe dem Originalzustand zu führen. Das ist der Einheitsplan von Wohlschläger, das ist die Situation, das sind die beiden Räume, die noch gefunden worden sind. Es gibt dazu noch einen dritten Raum, das Bibliothek und hier gibt es noch das Eckzimmer, das Musiksalon mit der eingebauten Sitzniche. Wir haben auch den originalen Auswechselplan von Lohs gefunden und man sieht, dass Lohs nicht sehr viele bauliche Eingriffe gemacht hat. Er hat eine Zwischenwand hier im Bereich des Speisezimmers entfernt, hat dann diese Tür geschlossen, hat eine Nische in den Raum gemacht und er hat hier im Bereich des bestehenden Fensterärkers eine Kaminnische geschaffen, die er in den Gangenbereich hinausgezogen hat und so hier eine Querachse zur großen Enfilade geschaffen hat. Losgestaltete in der Wohnung Wände, Böden und Decken, in die Wand integrierte Nischen, Schränke, Vitrinen, Anrichten und auch, wie wir oft in anderen Beispielen erkennen, Fotografien von Gemälden und Spiegel. Im Speisezimmer, das wir hier sehen, ist ein sehr enger Bezug zur Wiener Baugeschichte zu sehen und die ist jetzt durch die Befundung, die wir im letzten Jahr machen konnten, doch sie noch stärker offenbart hat, als sie sichtbar war in dem jetzigen Zustand, bevor wir die Befundung machen konnten. Wie man sieht, Los ist geprägt durch den Einfluss der Antike und er bezieht sich auch immer, dass Wien auch sehr stark geprägt ist von dem Einfluss Roms und den italienischen Barockbaumeistern. Wie setzt das Los nun in seiner Gestaltung um? Wie geht er mit den historischen Bezügen um? Die Decke im Speisezimmer ist eine dunkelgrün gestrichene Stuck-Kassettendecke, die er mit Glühbirnen zu einer Lichtdecke gestaltete. Wir sehen dazu, das ist auch dank Claudia Lang-Auja, die auch schon erwähnt worden ist, die hier die historischen Recherchen gemacht hat von der Akademie die Wissenschaft, die mir den Hinweis gab auf den Titus-Bogen in Rom, wo wir diese klassische römische Kassettendecke haben. Wir haben das gestern auch noch bei unserer Exkursion gesehen, bei dem Haus Duschnitz, was wir auch noch gleich noch sehen werden. Das ist der historische Bezug und das war die Situation, wie wir die Wohnung vorgefunden haben. Hier sieht man eine Kassettendecke mit der Blüte in der Mitte und hier darin eben die Glühbirne. Wir sehen aber auch rechts schon jetzt hier Freilegungen. Wir sehen auch gleich hier das Eierstabmotiv und die nach den antiken Vorbildern gestalteten Leisten, die sich jetzt unter den vielen Farbschichten, nachdem wir das freigelegt haben, sich jetzt zeigen. Man sieht auch hier sehr schön die dunkelgrüne Farbe. Im Wohnsalon sieht man eben den Bezug auch nochmal hier, auch ein klassisches Losmotiv, der S-förmige Schwung, der hier in der Tür vom Vorraum in den Wohnsalon, die sehr tief ist, das ist die Mittelwand des Hauses, wo man diesen Schwung sehr schön aufnimmt, diese geschwungene Form, die auch sicherlich Brocke Züge hat. Hier sieht man nochmal den Gesamtzusammenhang in dem Plan, den ich erstellt habe, nochmal von der Wohnung. Wie sie heute sich darstellt, wir haben hier vorne in der Enfilat die drei Gesellschaftsräume, im hinteren Bereich das Speisezimmer, hier den Wohnsalon Herrenzimmer von Emil Löwenbach und hier vorne ist für mich sozusagen der Musiksalon mit der Blickachse hier zum Wienfluss und auf die Stadt. Und hier nochmal dazwischen geschaltet die Bibliothek, zu der ich auch noch kommen werde und an dieser Seite die privaten Schlafräume. Die Küche befand sich hier und im hinteren Bereich fanden sich die Eingestellten oder Dienerzimmer. Was erhalten geblieben ist, sieht man hier nochmal einen Spiegel, also was Lohs eben einen Spiegel eingebaut hat und auch immer noch seine wichtigen Achsen und wie er die Räume jetzt unterschiedlich miteinander verbindet. Hier zu sehen der Zugang zu dieser geheimen Bibliothek, die als Zwischenraum zwischen den Gemeinschaftsräumen, öffentlichen oder repräsentativen Räumen ist und eben den privaten Schlafräumen, den privaten Bereich der Wohnung. Er hat hier eine doppelflügelige Tür, die vorhanden war, halbseitig geschlossen. Dieser Flügel ist fix, den kann man nicht öffnen. und hat einen tiefen Durchgang, einen ganz schmalen, tiefen Durchgang, den er noch links und rechts Garderoben eingebaut hat, geschaffen. Und die Bibliothek im heutigen Zustand sieht so aus. Wir haben jetzt schon eine erste leichte Befundung gemacht und auch nochmal Bretter gefunden im Keller, die ausgebaut wurden. Und wir gehen davon aus, und das zeigen die ersten Befundungen, dass da drunter eben Maragoni-Holz ist, dass diese ganze Bibliothek in Maragoni gestaltet war und irgendwann mal schwarz lackiert worden ist. Ein anderes Foto von der Bibliothek und hier nochmal eine Aufnahme für den Film. Die Schachnovelle, die vor eineinhalb Jahren dort abgedreht wurde und man die Bibliothek wieder für diese Filmaufnahmen eingerichtet hat. Hier sieht man oben noch eine Losleuchte, die man aus dem Gangbereich, die dort noch hängt, also sieben oder acht Leuchten sind noch vorhanden, hat man dann hier in der Bibliothek für diese Filmaufnahmen aufgehängt. Das ist die Situation des Exsalons. Wir haben hier die Los-Sitzbank, eindeutig, dass es von Los ist, allerdings der Bezug ist ein schwarzes Kunstleder, das wurde irgendwann mal so hergestellt, also wir wollen das auch hier zurückbauen, dass es mit echtem Leder ist und wir sind auch noch versuchen nach dem richtigen Farbe für das, aber das ist klassische Los-Sitzbank im Erker halten. Bei der Decke sieht man hier oben die Kassettierung in der heutigen Farbigkeit. Wir haben in der Decke keine besonderen Farben gefunden, also außer, dass man weiß alle Eierschalenfarben gefunden hätte, aber keine Farbigkeit, also keine starke Farbigkeit, aber diese Kassetteneinfassung könnte eben auch von Los stammen. Dann kommen wir zu den historischen Aufnahmen, was wir von der Wohnung haben. Hier sieht man das Herrenzimmer oder Wohnsalon, hier im Blick auch die Kaminnische, die Los gestaltet hat und in den Gangbereich hinausgeschoben hat. Hier sieht man auch nochmal Diaginalsitzbänke, die sind heute leider verschwunden. Da komme ich noch zu. Man sieht hier oben eine Tapete, eine starke. Eine zweite Aufnahme existiert auch von dem Raum. Man sieht auch die schöne Möblierung von Los, die heute auch schon erwähnt worden ist, die frei im Raum gruppiert werden konnte. Und dann sieht man eben diesen Raum im heutigen Zustand. Es ist sehr schön erhalten geblieben, die Wandverkleidung hier in Zitronen, Pyramidenholz, ein sehr schönes Furnier. Man sieht diese große Schiebetür, die Los hier eingesetzt hat. Er hat diesen Durchgang sehr stark vergrößert und man kann diese Schiebetür zur Gänze eben öffnen. Das zeige ich im nächsten Bild. Und so kann man eben Speisezimmer und Wohnsalon großzügig untereinander verbinden. Interessant ist vielleicht ein ganz kleines Detail, dass die Tür auf der anderen Seite vom Speisezimmer wesentlich niedriger zu sehen ist, dass da ein Höhlenunterschied stattfindet. Man sieht das nämlich von der anderen Seite sehr schön. Das ist die Einbausituation. Hier ist der Blick von dem Speisezimmer in Marmor zurück in das Herrenzimmer, Wohnsalon und bis vor zum Eckärker mit der Sitzbank. Das Speisezimmer ist sehr schön noch komplett erhalten mit der Wandverkleidung in Skyrus-Marmor. Es sieht schön diese kleinen Podeste für die Bepflanzung. Was nicht erhalten geblieben ist, es sind hier Spiegel, hier waren Spiegel angebracht. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem mit der Restaurierung, da hier Pritsch gespielt wird an jedem Nachmittag. und die Teilnehmer sich dagegen wehren, dass man hier wieder Spiegel einsetzt, weil das eben beim Kartenspielen nicht erlaubt ist, dem anderen in die Karte zu schauen. Und deshalb müssen wir uns hier zurückhalten und müssen diesen Spiegel vielleicht erstmal nicht einsetzen und seine Zwischenlösung finden. Ja, hier sieht man nochmal den Raum mit der Kassettendecke, wie wir ihn vorgefunden haben, also alles weiß gestrichen, aber die Wandverkleidung und die Anrichte im hinteren Bereich mit den Vitrinen, den Messing und Glas noch komplett erhalten. Nochmal ein Detailblick, auch hier sieht man wieder, dass die Vertikalelemente immer leicht geschwungen sind in dieser F-Form. Wir haben das auch schon in der Wohnung Alfred Krauss gesehen, das ich kurz zwischenzeitlich gesehen habe. Und wir haben auf den historischen Aufnahmen, die ich hier einfärben konnte, einen Maragoni-Tafelparkettboden, sehen wir hier mit hellen Medaillons, den, der eigentlich unter diesem heutigen Eichenparkettboden, eigentlich war er verschwunden, aber es ist heute ein Eichenparkettboden drin und wir haben es jetzt aufmachen lassen und nachschauen und es kam schon die Rückmeldung, ja da ist nichts mehr drunter, da ist nur so ein weißer, billiger Blindboden, da ist alles weg, da brauchen wir nicht weiter schauen. Und ich bin dann nochmal hin und wir müssen nochmal nachschauen. Es wurde immer berichtet von Leuten, die früher aus dem Parkettboden lagen, von alten Mitgliedern im Bridge Club, dass da immer noch Kolsterhäuser noch drunter waren und ich würde gerne das Raster zumindest sehen, wie das Raster lagen, dass wir es vielleicht mal später rekonstruieren können und dann zeigte sich, als wir dann versuchten, diesen weißen Färb, das war so eine weiße Klebeschicht drauf, das wir entfernt haben, dass da drunter der Originalboden noch komplett erhalten geblieben ist und das ist natürlich wunderschön. Wir sehen auch hier das Medaillon noch in der Mitte, also der Boden kann wieder freigelegt werden und kann auch wieder in ursprünglichen Zustand gebracht werden. Wir können das eben jetzt auch sagen, dass das eben von Los ist, dass das eben nicht schon in der Wohnung vorhanden ist, weil nämlich 1915 hier ein Bild, das der Villa Duschnitz, das ist ein Anbau von Los, der Musiksaal, hier sieht man, der ist komplett neu von Los errichtet worden, zwei Jahre später, nachdem er die Wohnung Löwenbach eingerichtet hat. Hier sieht man den gleichen Boden mit dem Tafelparkett und den dunklen Intasien, groß hat das nur umgedreht. Hier ist der Boden in Zitronenholz mit dunklen Intasien, dort in der Wohnung Löwenbach in Margoni und man sieht eben auch hier nochmal das Motiv der Kassettendecke, was hier noch deutlicher sozusagen an das Original, an die Vorlage des Titusbogens in der Ornamentik angelehnt ist. Ja, hier sieht man nochmal aktuelle Aufnahmen von der jetzigen Situation von letzter Woche. Also wir sind dabei, jetzt sozusagen die Decke weiter freizulegen. Man sieht das auch schon in der Farbigkeit, wie schön dieses Grün auch mit der Farbigkeit des Steins unten drunter korrespondiert. Man sieht hier nochmal das Detail, wie los sozusagen in die historische Blüte aus Stuck die Glühbirne eingesetzt hat. Man sieht rechts auch nochmal schön die historische, das ist ein Eierstapel-Tief und auch wie das jetzt alles wieder schön herauskommt, die historischen Zitate. Man sieht auch hier nochmal die Situation und wir möchten auch das fehlende Stück Wandtapete nach den Originalarchivaufnahmen, die wir vorliegen haben, auch wieder rekonstruieren, sodass dieser obere Deckenbereich jetzt nicht weiß und ist, sondern dunkel, in der dunklen Farbigkeit, in diesem dunklen Grün ist und wir haben schon ein kurzes Muster gemacht und das kommt plötzlich diese helle Steinverkleidung, die heute etwas schmutzig aussieht, im weißen Raum, wenn alles oben weiß ist, dann sieht das eher so ein bisschen unruhig schmutzig aus. Also sobald wir oben aber das dunkel machen, diese Decke und noch das Stück Wand oben drüber, kommt erst die Kraft, diese schöne Zeichnung des Steines und sie wirkt hell und freudig und es wird den Raum komplett verändern und es wird auch diesen großen Speisesalon etwas niedriger machen, dass er doch eine wesentlich intimere Atmosphäre bekommt. Hier nochmal ein Detail von Losleitungen, wo die Stoffbespannung eingespannt war über dem Marmorteil. Das ist nochmal ein kleines erstes Muster, was wir mal gemacht haben, um das ein bisschen vorzustellen, wie das später mal sein könnte. Da sieht man nochmal den nachgewebten grünen Stoff, den wir aufgrund des historischen Fotos, was wir stark vergrößert haben, herstellen konnten und auch an die originale Farbigkeit der Decke eben angepasst haben. Und wir würden auch gerne jetzt im Wohnsalon, auch hier fehlt die Tapete über dem Carrara-Marmor, also hier habe ich eben vergessen zu sagen, einmal das schöne Zitronen-Pyramidenholz, was eingefasst ist in weißen Kristallinen, Carrara-Marmor. Und darüber fehlt eben auch hier heute die Tapete. Und das können wir eben durch diese farbigen Rekonstruktionen eben jetzt auch uns an die Farbe annähern, so dass wir hier einen Stoff nachweben können, der jetzt auch mit dem Holz abgestimmt ist, aber auch ungefähr die Farbigkeit wissen, dass das etwas in rötlicher Ton war, so dass wir das auch hier in den Raum wieder, diese Originalstimmung geben können. Man sieht eben auch am Boden, ist ein beiger Wollteppich, der ist heute nicht mehr da, es ist auch hier ein Eichenparkettboden verlegt. Das ist jetzt schwierig mit der Nutzung als Bridge-Club, weil da täglich doch dort immer Turniere gespielt werden und sehr viele Leute sich in dem Raum befinden, werden wir diesen Wollteppich hier nicht derzeit rekonstruieren können, aber wir haben jetzt hier ein schönes Dokument, dass wir wissen, in welcher Farbigkeit der Boden im Originalzustand war. Ja, nun möchte ich über die Bedeutung der Inneneinrichtung im Werk von Lohs nochmal sprechen. Die Interieurs von Lohs fanden bislang in der Fachliteratur und in der Architekturgeschichte aus meiner Sicht noch nicht die Beachtung, die ihm zusteht. Im 20. Jahrhundert, im Zeitalter der Abstraktion, nahm man zwar Lohs kubische und schlichten Fassaden bei seinen Neubauten und seinen sogenannten Raumplan wahr, aber die genaue Analyse und Würdigung seiner Ausstellung der Innenräume blieb weitgehend aus. Schon zu Lebzeiten von Adolf Lohs war in den Beiträgen von Gropius, Le Coruset und Gideon zwar der Respekt für die Arbeit von Lohs zu lesen, aber der bezog sich auf den eigenen Weg, den diese Gruppe einschlug, den man gehen wollte und machte, Lohs zum Vorreiter des Funktionalismus und der Titel seines Vortrags Ornament und Verbrechen wurde so verkürzt und verballern zu Ornament ist Verbrechen und dieser Satz dominierte dann neben den beiden anderen Formeln Forms for the Function und Less is more weitgehend die Architekturdebatte im 20. Jahrhundert. Heute aber nach über 100 Jahren sollten wir uns für uns der Blick frei sein, die Arbeiten von Lohs unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten, zum Beispiel, dass die Wohnungseinrichtungen von Lohs bei seinen Auftraggebern sehr beliebt waren und es bis heute sind, denn Lohs definiert, der Architekt hat die Aufgabe, einen warmen, wohnlichen Raum herzustellen. Warm und wohnlich sind Teppiche. Er beschließt daher, einen Teppich auf den Boden auszubreiten und vier Teppiche aufzuhängen, welche die vier Wände bilden sollen. Aber aus Teppichen kann man kein Haus bauen. Sowohl der Fußteppich wie der Wandteppich erfordern ein konstruktives Gerüst, das sie in der Lage hält. Dieses Gerüst zu erfinden ist die zweite Aufgabe des Architekten. Das ist der richtige, logische Weg, der in der Baukunst eingeschlagen werden sollte. So, in dieser Reihenfolge hat die Menschheit auch bauen gelernt. Im Anfange war die Bekleidung, der Mensch suchte Schutz vor den Umbilden des Wetters, Schutz und Wärme während des Schlafes. Er suchte sich zu bedecken. Die Decke ist das älteste Architekturdetail. Dies präzisierte er noch mal 1909 als ein Jahr nach seinem Vortrag Ornament und Verbrechen. Die Architektur erweckt Stimmung im Menschen. Die Aufgabe der Architekten ist es daher, diese Stimmung zu präzisieren. Das Zimmer muss gemütlich, das Haus wohnlich aussehen. Bloß 1909 in seinem Essay die Architektur. Bloß glaubte in seiner Architekturtheorie daran, dass Kultur evolutionär sei und sich ständig verändere. Wobei sich nicht alles auf einmal ändert, sondern stetig in einem immerwährenden Prozess. Ständiger Wandel statt revolutionäre Umwälzung, wie es die weiße, funktionalistische Moderne um das Bauhaus und den Deutschen Werkbund forderte. Ein Zitat von Lohs zu dieser Ideologie. Vor 26 Jahren habe ich behauptet, dass mit der Entwicklung der Menschheit das Ornament am Gebrauchsgegenstande verschwinde. Eine Entwicklung, die unaufhörlich und konsequent war damit niemals gemeint, was die Puristen ad absurdum getrieben haben, dass das Ornament systematisch und konsequent abzuschaffen sei. So kritisierte Lohs auch die Wiener Secession mit dem von Hoffmann gegründeten Wiener Werkstatt, die das Gesamtkunstwerk unter der Führung des Architekten vertrat. Lohs kritisierte dabei vor allem, dass an der Kunstgewerbeschule unter Professor Hoffmann Zeichner ausgebildet werden, die tägliche Gebrauchsgegenstände am Zeichentisch mit neuen, der zeitgemäßen Ornamenten erfanden. Dabei oft den Werkstoff, das Handwerk, den täglichen Gebrauch und die Langlebigkeit eines Produktes aus den Augen verloren. So wie man es heute auch bei manchem Designstück verspürt, das unter primär ästhetischen und formalen Gesichtspunkten gestaltet wurde. Aber auch an den akademischen Traditionisten übte Lohs Kritik, die alles in historischem Stil ausdrücken wollten und dabei einen historischen Stilpluralismus entwickelten, der sich vom genauen Zitieren historischer Formen entfernt hatte und zur reinen Dekoration wurde. Auch das Entwerfen neuer Erfindungen im historischen Gewand lehnte Lohs entschieden ab. So sollte man zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, eine Glühbirne nicht in Form einer Kerze ausbilden. So nahm man lange Zeit Lohs als notorischen Mörgler in der Öffentlichkeit wahr, der sowohl das Traditionelle als auch die neuen Stilrichtungen kritisierte, der in seinen eigenen Werken nicht seine eigenen Forderungen auf seinen Schriften einhalten konnte. Da predigt einer, Ornament ist Verbrechen und seine Arbeiten sind ja voller Ornamente. Man übersah dabei seinen komplexeren Ansatz in seinen Arbeiten und Schriften zwischen lebendiger Tradition und neuem Lebensstil der Zeit zu vermitteln. Lohs wollte, zum einen bestehende klassische Ornamente genau zitieren und die Zeichnung des Materials schätzt er über alles, die Maserungen und dies war für ihn kein Ornament, sondern die höchste göttliche Natur. Nur neues zeitgemäß Ornament zu erfinden, das wollte er vermeiden, weil es die Wirtschaftlichkeit von Österreich und Deutschland gegenüber England und Amerika geschwächt hat und zur Verarmung der Handwerker geführt hätte, da man für ornamentierte Waren nicht mehr gezahlt bekam, wie für glatte Flächen, wie er in seinem Vortrag Ornament und Verbrechen auch genau erläuterte. Die nun von mir digital bearbeitend kolorierten Archivfotos aus dem Adolf-Lohs-Archiv der Albertina bilden ein eindrucksvolles Zeugnis der Opulenz der Lohs-Interieurs inklusive der Möblierung gemeinsam mit den Auftraggebern. Eine kleine Auswahl möchte ich jetzt mal kurz am Ende zeigen, um die Wohnungseinrichtung von Löwenbau und Gesamtwerk von Lohs einzuordnen. Hier Fotos eben der Wohnung Rudolf Kraus die sogenannte hier sehen wir die sogenannte Zaubergrotte, wie sie Herwes sie beschrieb. Hier sehen wir auch sehr schön, wie er immer Naturpflanzen auch in seiner Wohnung einarbeitete und eben hier sogar hinter dem Vorhang ist noch ein Aquarium zu sehen. Wir kennen in Einrichtungen von Lohs den Willen zur Abstraktion, die Einfachheit, Steinplatten aus einem großen Block aufzuschneiden, aufzuklappen und flächig an der Wand zu befestigen, sie zu einem abstrakten Bild der Natur zusammenzufügen. Wir sehen aber auch den barocken Überschwang für das üppige, opulente und bewegte. Das Prinzip der offenen Raumschale, durch die der Raum durch Nichen, Erker und Schiebewände erweitert wird. Weiter erkennen wir den Gedanken zurück zum Ursprung unserer Kultur, durch das direkte Zitieren aus der römisch-griechischen Antike verwendet, wie er das eben verbindet mit der modernen Erfindung, zum Beispiel der elektrischen Beleuchtung. Auch wie er weltoffen Elemente aus anderen Kulturen in seine Arbeiten einfließen lässt. Vielleicht lassen sich diese Gestaltungsprinzipien von Lohs auch verkürzt so formulieren. Lokale Verbundenheit und Weltoffenheit, sowie Tradition und Fortschritt. Aber das wäre allein zu kurz gegriffen, um Lohs komplexeren dialektischen Ansatz, Gegensätze, die es immer gibt, miteinander zu verbinden, statt sie miteinander auszuspielen oder sie zu ignorieren. Hier ist sein Begriff von der evolutionären Entwicklung der Kultur, die sich in einem ständigen Prozess befindet, von entscheidender Bedeutung. Nicht Revolutionen bringen uns weiter, die alles bisher Arbeitete infrage stellen und ablehnen, sondern ständige Weiterentwicklungen. Los war aber auch die sinnliche, die emotionale Ebene der Architektur in ihrer Wirkung auf den Menschen war er sich bewusst und genau wie ihre soziale, gesellschaftliche Bedeutung. In der Wirkung auf den Menschen sollten die Wohnräume vor allem Weite und Geborgenheit ausdrücken. Es war die Möglichkeit, Weite zu erleben, wenn man alle Türen öffnete und die Blicke schweifen lässt in den verschiedenen Welten der Raumgestaltung hintereinander, die Lohs hintereinander immer gestaltete. Jeder Raum für sich, auch wenn er repräsentativ gestaltet war, strahlt Geborgenheit aus und nicht nur monumentale Größe. Es ist die menschliche Ebene, die Lohs mit Nichen, Erker und ein großes Raumgefüge zum Ausdruck bringt und um ein angenehmes, wohnliches Raumerlebnis zu schaffen. Aus dieser Sicht kann man behaupten, dass Lohs das Verbindende, das Prozesshafte, die in uns schlummernde Urgefühlen nach Schutz und Geborgenheit sowie das humanistische Gedankengut um vieles, vieles näher waren als Polemik, Spalterei und ideologische Engstündigkeit oder belehrender Besserwisserei. Lohs Stellung als Einzelgänger in der Architekturgeschichte im 20. Jahrhundert führt meiner Meinung nach daher, dass er sich weder den neuen Strömungen einer Secession oder funktionalistischen Weisen Moderne anschließen wollte, die mit der Vergangenheit radikal brechen wollten, noch den Traditionalisten, die sich in akademischen Diskussionen des Historismus verrannten und die die Neuerungen der Zeit nicht akzeptieren wollten beziehungsweise diese formal in ein historisches Gewand hüllen wollten. Losweg des Erkennens von den ständigen Veränderungen in unserer Kultur und das Verbinden der Erkenntnisse aus der Tradition mit den Aufgaben und Möglichkeiten der Gegenwart sollte uns im 21. Jahrhundert leiten. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Bock, für die Presidenz-Entwicklung und die Verstellerungsarbeiten, die aktuell werden wir vielleicht heute auch noch was hören, in der Wohnung Löwenbach und Ihre Ausführungen über das Interieur von Büros. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Diese Nische, die er gegenüber dem Erker angeordnet hat, wie ist die vorhanden jetzt? Sie ist zurückgebaut, das Originalmaterial ist noch da, der Marmor ist nur zurückgebaut, da der Gang jetzt wieder freigelegt worden ist, also er geht in einem durch, weil das eben mal als Veranstaltung genutzt wird, also man kann jetzt den Gang auch nicht so reduzieren, ich kann das vielleicht noch mal kurz zurückführen. Ja, links, jetzt geht es nicht weiter. Ich komme schneller durch. Ich wollte da ein aktuelles... Ja, ähm... Man sieht es jetzt... Ah, jetzt war ich zu schnell, jetzt habe ich zu oft gedrückt. Ich habe es zu schnell gedrückt, ich finde es nicht. Jetzt wird das doch lange laufen. Nein, also man hat sozusagen die zwei kleinen Sitze entfernt und hat den Kamin nach vorne geschoben. Das ist noch die originale Marmor-Verkleidung, ist noch da, alles ist noch original da. Wie weit wir es sozusagen jetzt in den Gang rausschieben können, werden wir nicht schaffen, aber wir werden versuchen, jetzt die ganze Tiefe der Mittelwand, die ist ja dort fast 90 Zentimeter tief, dass wir sozusagen die Nische noch mal andeuten, dass wir nicht bündig sind, sondern dass man so weit wie es geht, noch mal das nach reinschiebt und auch dann in der Nische noch mal die Spiegel und die Holzverkleidung eben noch mal anbringt. Ja, sieht man ja. Ja, da sieht man ja. Und da sind da diese zwei Sitzplätze noch. Und um diese Sitzplätze zu machen, müssten wir sozusagen wieder in den Gangbereich, es gibt ein Problem mit den Veranstaltungen, weil es immer in der Wohnung viele Leute sind, weil dann jeden Nachmittag Turnier gespielt wird, können wir jetzt nicht den Gangbereich jetzt verkürzen. Das wissen wir nicht, das ist noch nicht, also irgendwann in den 60er, 70er Jahren, also wir wissen dann nichts in der Zwischenzeit, wann und wer das gemacht hat, wie er zurückgebaut hat, das können wir nicht sagen. Ja, aber wegen der Fluchtwege, es ist ja hinten noch eine andere Stiege, wegen der Fluchtwege könnten wir das vielleicht anders organisieren. Ja, wir arbeiten dran und natürlich ist das Ziel, wir in den Originalzustand zu bringen. Wie gesagt, wir konzentrieren uns derzeit mal auf das Speisezimmer, wir würden natürlich gerne, am liebsten würde ich das natürlich auch, meine Leidenschaft brennt genau wie Ihre, das wieder in den Originalzustand zu bringen und nichts Schöneres, als diese Nische wieder zu bauen. Aber wie gesagt, wir müssen das jetzt schauen und das ist der nächste Abschnitt, das Zimmer wird im nächsten Jahr sein und wir werden schauen, was wir machen können, um diesen Originalzustand wieder einigermaßen herzustellen, um diese Nische, die auch sehr wichtig ist, weil sie sozusagen genau in der gleichen Breite ist wie der bestehende Ärger. Deshalb ist sie sehr wichtig für den Raum, diese Querachse zu machen. Es ist ja hier noch der Spiegel da und zeitlich hat er diese Holzverkleidung hier noch, das ist eigentlich eine sehr schöne Situation. Wie ist es denn, am Gang dann viele grüne Männchen sein? Ja, links und rechts. Ja, Renald Franz, vielen Dank, Herr Bock, für Ihre Beobachtung. Ich bin hoch erfreut, dass Sie offensichtlich aus der Autopsie der vielen Wohnungen, die Sie jetzt hier auch untersucht haben für Ihr neues Buch, zu Erkenntnissen gekommen sind, die Hermann Tschech und ich auch schon gehabt haben, denn für uns ist natürlich klar, dass der Modernist Los, der ja von sich selbst sagt, Tradition ist für mich alles, auch in einer Tradition steht. Und das ist natürlich die Tradition, die von einem seiner ersten Lehrer kommt, das ist Germano Wanderlei in Brünn, der ihn verbindet mit der Semper-Tradition. Das ist die Wurzel, Sie zitieren ja auch Los, Los zitiert Semper, auch wenn er nicht zitiert. Wir haben das darstellen können in den Symposionsbänden Gott für Semper und Wien und Leben mit Los, den Inge Potretzio und ich herausgegeben haben, wo ja auch Hermann Tschech seinen wunderbaren Beitrag zum Ornament bei Los gegeben hat und wo ich das in meinem Beitrag zum Kulturbegriff bei Adolf Los darstellen konnte. Also sehr erfreulich, dass auch die Autopsie und Neubetrachtung der Wohnungen zu diesen Ergebnissen kommt. Danke. Vielen Dank für die zusätzlichen Anregungen. Vielleicht nur ganz kurz, da wir ja auch jetzt viele für die Vermittlung von Los machen, also auch viele Führungen machen und ja, ich behaupte nicht, dass ich das Erste bin, der das erkannt hat. Natürlich ist das auch offensichtlich, wenn man sich mit dem Werk von Los intensiv beschäftigt. Aber mir geht es nochmal darum, dass wir es das nochmal ansprechen, weil in der Vermittlung sieht man doch, dass die Leute völlig überreicht sind, wenn wir diese Reime zeigen, dass sie dann völliges Unverständnis haben, weil ihr Bild von Los komplett zusammenbricht. Also es ist doch über die Jahrzehnte ein Bild transportiert worden, ich weiß nicht von wem, aber es hat sich in den Köpfen festgebrannt, wie er Los zu sein hat. Deshalb möchte ich dieses Bild einfach aufbrechen, ich möchte darüber sprechen und ich möchte es auch thematisieren. Und ich bin dankbar, wenn wir das alle zusammen machen und nach außen tragen. Danke nochmal. Wir haben jetzt noch zehn Minuten, circa Pause, um zwölf Uhr geht es weiter. Ja, für die Zuseher zu Hause, wir schalten uns dann wieder um zwölf Uhr zu. und dann wieder um zwölf Uhr. Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Vormittagsprogramms. Wir haben jetzt noch zwei Vorträge und ich darf den nächsten Vortragenden vorstellen, Herrn Wolfgang Salker. Wolfgang Salker ist Architekt und seit 2003 im Bundesdenkmalland beschäftigt, derzeit stellvertretender Landeskonservator in Wien. Davor arbeitete Herr Salker in Architekturbüros in Italien, Österreich und Deutschland, sowie am Institut Francais Architektur in Paris, sowie als Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck. Er engagiert sich auch in verschiedenen ehrenamtlichen Positionen und Organisationen wie Tocomomo International. In Wien war er unter anderem für die Restaurierung des noch erhaltenen Siedlungshauses von Adolf Loos in der Halbwachsiedlung verantwortlich, worüber er auch sprechen wird. Sein Vortrag trägt den Titel Adolf Loos und die Antithese zu den Superblocks. Ja, guten Tag nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich habe heute die Möglichkeit, mich mit Adolf Loos und der Siedlerbewegung auseinanderzusetzen. Die Siedlungsentwürfe von Adolf Loos in der Zeit zwischen 1920 und 1924 sind, wie meine Kollegin, die Frau Dr. Inge Popetzke, es einmal schön formuliert hat, ein bisschen ein eigenartiger, isolierter Abschnitt im Werk von Adolf Loos, dass diese Projekte nicht so prominent im Werk von Loos in Erscheinung treten, dürfte auch am niedrigen Glamour-Faktor vielleicht liegen. Aus meiner Sicht ist aber der Wohnbau die Königsklasse da gar nicht gemacht haben. Einen exaltierten, auffälligen Sonderbau wie Theater oder Museen oder eine Luxusvilla irgendwo hinzustellen, ist das eine. Aber einen soliden Wohnbau mit guten Grundrissen, der finanzierbar ist, der für die Massen auch zu entwickeln ist, ist das andere. Loos hat im Siedlungsbau, über das werden wir kurz dann was hören, Er hat revolutionäre, aber auch auf den ersten Blick unspektakuläre Entwürfe hinterlassen. Und wie Ralf Bock es in seinem vorhergehenden Vortrag schon gemeint hat, vielleicht steckt hinter der Polemik, hinter den Polemikern von Loos, die wir kennen, eigentlich ein ganz klarer humanistischer Ansatz. Ich glaube, dem kann man zustimmen, wenn man seine Beschäftigung mit der Siedlerbewegung anschaut. Loos hat ja auch einmal gesagt, so sinngemäß, eigentlich bin ich ein Kommunist. Der Unterschied zwischen mir und einem Bolschewiken ist nur der, dass ich alle Menschen zu Aristokraten machen will, er alle Menschen zu Proletarien machen will. Also da steckt, glaube ich, schon sehr viel drinnen. Die zentrale Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang gestellt hat, ist eben jene, dass ob die Wiener Siedlungsbewegung heute in der Post-Corona- und Klimakatastrophengesellschaft noch aktuell ist. Diese Frage, das war praktisch die Ausgangsthese für mich. Ich will jetzt gleich meine Antwort, Sie werden vielleicht dann Ihre finden. Meine Antwort will ich jetzt gleich bekannt geben. Ja, ich glaube schon, dass wir da sehr viel lernen können und sehr viel uns Gedanken machen können und Anregungen. Zur Wiener Siedlungsbewegung, wie ist die entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, waren furchtbare Verhältnisse. Es gab tausende Rückkehrer, Flüchtlinge, ehemalige Soldaten aus den, Österreich war ja viel größer vorher, die sind dann zurückgekommen. Es gab überfüllte Mietwohnungen, Notunterkünfte. Viele kennen die furchtbare Situation, die damals geherrscht hat. Ich glaube, drei Viertel aller Wohnungen waren überbelegt und, und, und. Also es gab eine extreme Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, die Versorgung, weil die Lebensmittel auch aus den ehemaligen Ländern gekommen sind, hat es auch nicht hingehaut. Also es war eigentlich alles eine triste materielle Ausgangslage und die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten war zu erkennen. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass dann Wien ein eigenes Bundesland geworden ist 1920. Das hat damit zu tun, dass nur das Bundesland mal die Steuerhoheit gehabt hat. Wir wissen dann, dass der Hugo Breitner dann diese Luxussteuer eingeführt hat auf Dinge, die man dann vielleicht nicht unbedingt gebraucht hat, wie Dienstpersonal, Hotelle nach lokaler Hundertbesitz, Hotelzimmer, Reitferd, also Dinge, die nice to have sind, aber die halt nicht überlebensnotwendig sind. Und die berühmte Wohnbausteuer, mit der dann praktisch das gesamte Programm finanziert worden ist. Wir sind heute in Wien, das ist ja schon gewohnt, dass wir auf sehr vielen Häusern diesen Spruch umstehen haben, also finanziert aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Deshalb kommt es uns in Wien gar nicht mehr so vor, aber eigentlich ist es schon interessant, dass man das so draufschreibt. Stellen Sie sich vor, wenn man heute draufschreiben würde, aus den Mitteln der Biersteuer oder der Alkoholsteuer oder sowas. Also es ist schon ein interessantes Phänomen, finde ich, dass man das so wirklich im Prinzip schon fast eine Ansage macht. Also wie gesagt, 1920, als Reaktion auf dieses Elend, ist Wiens soziale Wohnbaupolitik dann begonnen, das ganze Reformprogramm. Und einer der Schwerpunkte war der kommunale Wohnbau, daneben hat es natürlich auch Bildung, Kultur und andere Schwerpunkte gegeben, Gesundheit natürlich auch. Und wenn man jetzt an diese Reaktion der Stadt Wien denkt, kommt einem natürlich im Normalfall diese große Antwort des Roten Wien in den Sinn, das sind natürlich die großen Superblöcke. Also die großen Gemeindebauten, wie hier der Karl-Marx-Hof über einen Kilometer lang mit 5000 Einwohnerinnen oder eben der George-Washington-Hof. Das ist so die große Antwort. Aber was man dabei oft vergisst, ist, dass es davor noch was anderes gegeben hat. Und das davor, das war eben diese Wiener Siedlungsbewegung, die hat zuerst begonnen mit illegalen Behausungen und Siedlungen ab 1919. Aus dieser Not heraus, die Leute haben sich einfach nicht zu helfen gewusst und irgendwo haben sie dann halt Land besetzt und so weiter. Dann ist es in eine organisierte Selbsthilfe gegangen, also es war eine Bewegung von unten, also nicht von oben verordnet. Und irgendwie hat dann die Stadtregierung darauf reagiert und irgendwie einen Rahmen geschafft und das irgendwie versucht einzugliedern in ihr Konzept. Und die Siedlungsbewegung war eben ein gesamtgesellschaftlicher Lebensreform. Da ist es nicht nur um Häuser gegangen, sondern da ist es um Selbstverwaltung gegangen, um Schulungen, Genossenschaftshaus. Also im Prinzip ist dahinter gestanden, man wollte einfach einen neuen Menschen schaffen. Also gar nicht so negativ gemeint. Es hat dann auch von der Stadt Wien versucht, hier das ein bisschen anzukurbeln mit steuerlichen Anreizen für den privaten und den genossenschaftlichen Wohnbau. Und dann hat es noch, also ein wesentlicher Kernpunkt dieser Siedlungsbewegung war, die Leute waren ja arm. Die haben kein Geld gehabt und sonst auch nichts, haben nichts geerbt. Und was haben sie bieten können als Eigenmittel? Die Arbeitsstunden. Das war dann ein ganz wichtiger Punkt, dass die Siedler Eigenleistung erbracht haben und nicht in unabeeblichem Ausmaß. Hier sieht man zum Beispiel, wie sie arbeiten. Also es hat teilweise Eigenleistungen von 1.000, 2.000, bei der Halbergsiedlung sogar 3.000 Stunden, weil das so eine schwierige Baustelle war. Wenn man das umrechnet, 3.000 Stunden, das sind ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre zu arbeiten. Also das ist gar nicht so wenig. Hier das Logo des österreichischen Siedlerverbandes, also ÖSV in Österreich, denkt man natürlich an den österreichischen Skiverband, der interessanterweise 1905 gegründet worden ist, der ist erst zehn Jahre später gekommen. Das Logo zeigt ja schon, dass es ums Bauen geht. Also man sieht eine Schaufel, also genauer gesagt einen Spaten und eine Richtlatte, die man braucht, um zu bauen. Und das Logo gibt es auch heute noch. Zum Beweis zeige ich Ihnen die aktuelle Siedlerzeitung und auch diese Dachorganisation gibt es noch. Man sieht es da, sie beschäftigen sich mit den eigentlich ganz interessanten Fragen. Auch zeitgenössische Fragen, wie zum Beispiel Photovoltaik ist natürlich für diese Häuslbauer oder diese Bewohnerinnen auch heute noch interessant. Der Hintergrund war eben, das aus dieser kapitalistischen Schiene ein bisschen rauszubekommen und man wollte eben, dass der Unternehmensgewinn und diese Kapitalgewinne eben nicht irgendjemand abkassiert, sondern dass das in der Gemeinschaft bleibt und die Wohnungskosten also gering sind. Der Adolf Loos, am Anfang hatte das städtische Ersiedlungsamt beraten. Margarete Lihotzki war da schon als junge Dame auch dabei. Sie hatte sich damals die schlimmen Verhältnisse mal vor Ort angeschaut und war dann auch ganz entsetzt. Und das war dann auch eine Grundlage ihres ganzen Antriebs, ihres Architektenlebens, sich da positiv einzubringen. Loos hat dann einmal gesagt, ja, die Sozialdemokratie, die wollen sich ja keine Hausherren züchten und da steckt natürlich eine politische Ideologie dahinter, weil natürlich Mieterinnen einen anderen Anspruch haben wie Hauseigentümer, Hauseigentümerinnen. Normalerweise wählen die auch ganz anders und deshalb ist es immer so ein politisches Gezerre, das hat es damals schon gegeben und das gibt es heute auch noch. Zum Beispiel 2019 hat es eine Änderung in Österreich bei dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz im Zusammenhang mit dem Mietkaufmodell bei den Genossenschaftswohnungen gegeben. Vorher hat es ja dann die Zehnjahresfrist gegeben, dass eben bei Genossenschaftswohnungen die Leute noch zehn Jahre Eigentümer werden könnten und bei der letzten Änderung hat es eben eine Änderung gegeben, dass man schon nach fünf Jahren dieses Angebot machen kann. Das Problem ist natürlich auch immer, dass wenn dann diese Mietwohnungen aus dem Mietwohnungsmarkt rauskommen, dass die dann praktisch diesem Markt entzogen sind und damit wieder so eine Kapitalisierung eintritt und diese Preisspitale wieder befördert. Ab 1923 ist aber dann die Stadt Wien nicht diesen Siedlungsbewegungsgedanken gefolgt, sondern hat sich eher auf die großen Gemeindebauten als Lösung festgelegt, also diese Superblocks. Es war im Prinzip dann eine Kontroverse, ob das jetzt gut oder böse ist, die Gemeindebauten waren ja auch eine unglaubliche Errungenschaft, entweder oder. Und dann hat es eben auf der anderen Seite diese Flachbauer gegeben, diese Siedlungsbewegung und die Hochbauer. Die einen haben eher so diese Idee der Gartenstadt verfolgt und die anderen waren halt eher Anhänger der Superblocks oder des Volkswohnungspalastes. Das Modell, Modell 1 ist praktisch, das ist damals wie heute nicht anders gewesen, das erste Modell ist, dass man sagt, okay, der Markt regelt alles, der wird schon auch billige Wohnungen schaffen. Das zweite Modell ist praktisch, der Staat oder die Gemeinde soll das machen, das ist praktisch der Gemeindebau. Und der dritte Weg, das ist praktisch diese Siedlungsbewegung, diese Genossenschaftliche Siedlungsbewegung, die eben dieses Eigentum im gemeinsamen Eigentum behält, dass man einen eigenen Arbeitseinsatz macht. Das war damals noch so, das ist halt bei den Genossenschaften weniger, kommt nicht mehr so gut an. Und eine gemeinschaftliche Infrastruktur war damals auch wichtig, also ein Zentrum mit so einem Gemeindehaus, im Unterschied zum Beispiel zum Kotteschviertel in Wien, das aus einzelnen Villen zusammengesetzt ist und eine ganz andere reiche Klientel gehabt hat, die haben gar kein Interesse gehabt, irgendein Stadtviertelzentrum zu machen. Deshalb ist das der große Unterschied, dass beim Kotteschviertel überhaupt kein Zentrum da ist, außer Kreisverkehr. Und deshalb ist das städtebaulich natürlich auch immer interessant, was da für Ideologie dahinter steht. Und dieses genossenschaftliche Siedlungsbewegungsmodell, das gibt es natürlich heute in den Verhuntergenossenschaften auch noch. Jetzt zur Heuburg-Siedlung, die am Rande des Wienerwalds ist. Gebaut worden ist sie eben von 1921 bis 1924 nach einem Konzept von Adolf Loos, durch Hugo Mayer, auch ein wichtiger Mann, unter der Eigenleistung der späteren Bewohnerinnen und Bewohner. Also 3000 Arbeitsstunden, wie gesagt, das war deshalb hier mehr, weil das so weit oben war, so schwierig war und das einfach notwendig war. Adolf Loos war damals schon Chefarchitekt des Siedlungsamtes der Gemeinde Wien. Das Grundstück gehört der Stadt Wien, aber das Baurecht hat praktisch dann die Genossenschaft bekommen und das ist so ein Spezialfall dieses Superedifikats, dass praktisch das Eigentum am Bauwerk mit dem Eigentum am Grundstück nicht zusammenfällt. Die Juristen und Juristinnen kennen sich auch da besser aus wie ich, aber das haben wir in Wien öfter, zum Beispiel am Naschmarkt haben wir auch diesen Fall, dass manchmal die Naschmarkt-Pavillons den Betreiberinnen gehören und der Grund der Stadt Wien. Ich glaube sogar beim Donautom ist es ähnlich. Hier möchte ich noch kurz darauf hinweisen, die Bodenfrage und die Bodenpreise sind natürlich in diesem Zusammenhang, wenn man günstigen Wohnraum schaffen will, eine ganz wichtige Frage, weil es eben um Spekulationen mit Grundstücken geht, steigende Wohnungspreise und da hat eben vor kurzem der Präsident des Bundesdenkmalamtes, der Dr. Basil, ein sehr gutes, tolles Interview mit der Direktorin des Architekturzentrums geführt, mit der Frau Angelika Fitz, wo Sie eben drüber sprechen, Geldanlagen, Immobilien, was hat das für Probleme, auch die Baulandhortung, die Anlegerwohnungen, auch so ein Phänomen und da sind die Individualinteressen über die Gemeinwohlinteressen gestellt werden. Wenn Sie das Interview interessiert, ganz druckfrisch, das ist fast noch warm, dieses neue Heft, Denkmal heute, wo das drinnen steht und wenn Sie das haben wollen, brauchen Sie nur an das Bundesdenkmalamt schicken, eine E-Mail redaktion.bda.gv.at Diese Boden-Challenge ist natürlich immer schon ein Thema gewesen, deshalb hat es dann 2007 eine neue Siedlerbewegung gegeben, wo man in Wien so kompakte Siedlungsstrukturen versucht hat, dieses Einfamilienhaus wieder zusammen zu bekommen mit Grünraum und so weiter und da hat es dann 2019 ein bisschen so ein Resümee von Standard gegeben und das Resümee war dann eigentlich recht ernüchternd, das ist jetzt dann der letzte Satz da hier, solche Wohnformen verbrauchen viel Fläche, das werden wir dann sehen, dass diese Siedlungsbewegungen, diese Grundrisse sehr viel Fläche brauchen, weil sie sehr viel Grünraum haben und das Resümee war angesichts der hohen Grundstückspreise und solche Projekte heute daher nicht mehr realisierbar. Das heißt, die Schraube an den Grundstückspreisen, wenn man an der Schraube nicht drehen kann, dann werden sich solche Modelle nicht verwirklichen lassen. Hier nur kurz die Bodenpreise, ganz klar die Ballungsräume Wien, Linz, Graz und dann der Westen, wo es halt wirklich teuer ist. Hier auch ein kurzer Blick auf diese, das ist natürlich ein interessanter Preis, interessanterweise Otto Kring ist ungefähr gleich teuer, das Interessante ist aber weniger das, sondern das da hinten. Diese Preissteigerungen in einem Jahr, also jeder Kapitalanleger, jede Investmentfirma, jede Versicherung, die irgendwo ihr Geld parken muss, freut sich natürlich über zweistellige Zuwachsraten. Wo gibt es das schon? Und das ist natürlich auch die Ursache, dass alle ihr Geld praktisch in Immobilien parken wollen. Und europaweit versuchen natürlich die Politiker ein bisschen dagegen zu steuern. In Wien hat man es zum Beispiel versucht oder gemacht, mit der neuen Widmung geförderten Wohnbau in Wien, dass eben zwei Drittel aller Flächen, die neu gewidmet werden, für sozialen Wohnbau vorgesehen werden. Das ist 2019 in Kraft getreten. Jetzt muss man schauen, wie sich das auswirkt. Da hat es ja dann auch zu der gleichen Zeit ungefähr in Berlin die große Kontroverse gegeben. Ja, man muss enteignen, die Bodenpreise sind zu groß und das Wort Enteignung hat natürlich eine große Reaktion ausgelöst. Ich glaube, die Wiener haben es da besser gemacht. Die haben eigentlich das Gleiche gemacht, haben es aber nicht so genannt. Jetzt zur Heubergsiedlung selber am Wienerwald, am Rand des Wienerwalds. Hier ein Ansicht von der Seite. Das Haus, das Ordo Floh selber gebaut hat, das sogenannte Haus mit einer Mauer, hier kurz markiert, wir zoomen uns kurz ran, dass wir es ein bisschen besser sehen. Um das geht es jetzt. Das ist dann auch restauriert worden. Es geht also um diese Häuserzeile, die sogenannten Häuser mit einer Mauer, geplant eben von los nach seinem patentierten System, also eine flachgedeckte Häuserzeile. Roland Reiner hat einmal drüber gesagt, eine bahnbrechende Siedlung. Auch deshalb, weil natürlich Roland Reiner bekannt ist, dass er ein verfechteres, sogenannten verdichteten Flachbaus ist. Wir kennen seine berühmte Siedlung in Buchen, aber Linz. Also er hat einen ganz anderen Zugang gehabt, deshalb hat ihm natürlich diese Siedlung auch besser gefallen. Und auch die Konzepte, die dahinter stecken, also die sozialen, wirtschaftsreformpolitischen, Entschuldigung, wirtschaftsreformpolitischen, kulturellen Konzepte, die da in dieser Wiener Siedlungsbewegung drinnen stecken, die hat er nicht gleichwertig, sondern natürlich noch wichtiger gefunden, wie die Errungenschaften des späteren Hochbaus, der großen Gemeindebauten. Die Selbstversorgung war damals ganz wichtig, einerseits um sich selbst zu versorgen und vielleicht auch Gemüse oder was auch immer zu verkaufen. Das steht natürlich auch heute nicht mehr so im Vordergrund, sondern in der Corona-Zeit war natürlich auch wichtig, dass man es frei raus kann, deshalb ist das eine große Qualität. Hier noch einmal ein Luftbild von dem Lohs, sogenannten Lohshaus, mehr oder weniger. Hier sieht man die Reste, also die anderen Häuser in dieser Siedlung sind natürlich alle ein bisschen gewachsen in den Gauten hinaus, was auch gut ist. Die Gärten sind immer sehr lang gestreckt und man sieht ja auch, dass dann heutzutage weniger, sage ich mal, die Tomaten- und Gemüsezucht wichtig ist, sondern eher so die Swimmingpools und die Carboats. Aber das sind einfach die Anforderungen, die halt heute gestellt werden. Der Heuberg, die Siedlung Heuberg hat auch einmal einen Platz gefunden in einer sehr schönen Ö1-Radioreihe. Man hat praktisch 100 Jahre nach der Republikgründung 1918 100 Jahre dargestellt in Hand von markanten, wichtigen Bauten und für das Jahr 1920 wurde dann von der Redakteurin eben die Siedlung Heuberg ausgesucht. Also eine sehr schöne Senderei, die auch immer noch abrufbar ist. Also wenn man sich die 100 Jahre anhand von tollen Bauten anschauen will oder anhören will. Kleiner Tipp. Hier jetzt ein historisches Foto der Heuberg-Siedlung. Das Foto war dann auch ganz wichtig für die Rekonstruktion, auf die ich dann noch kurz eingehen werde. und also links die normalen Siedlungshäuser und rechts eben diese acht Einheiten von Adolf Loos. Hier noch ein anderes Foto, wo man die Bauarbeiter noch davor sieht und hier auch noch einmal dieses Blumenfenster oder diese Erker, den werden wir dann nachher noch kurz genauer betrachten. Hier jetzt der Plan von Adolf Loos zu dieser Siedlung. Also er hat es auch systemlos genannt. Das ist jetzt genau diese acht Wohneinheiten. Man sieht hier diese vorgebauten Glashäuser, die so dann nicht umgesetzt worden sind. Meine These ist, man hat sie dann nicht umgesetzt, weil man hat hinten einen Riesengarten gehabt und das wäre glaube ich, also das Ziel dieser Wohnungen war ganz, ganz, ganz günstig und billig zu bauen und wenn man da vorne so eine riesige Konstruktion und ich glaube, das wäre im Verhältnis zum Gesamtgebäude relativ aufwendig und teuer gewesen, ist jetzt meine Theorie. Und wie vorher schon gesagt, die Gärten sind ganz wichtig. Also die Nutzgärten, damit die Leute für sich selber versorgen können, dass sie was anpflanzen können, dass sie am Markt verkaufen können, damit sie ein bisschen eine Lebensgrundlage haben und Adolf Loos hat das ja natürlich auch super erkannt, weil er dann auch gesagt hat, jede Siedlung geht vom Garten aus, der Garten ist das Primäre, die Wohnung ist das Sekundäre und das sieht man auch bei seinem Plan. Also hier unten ist praktisch so diese Häuserzeile, dann dahinter ist diese Zone, wo dann die Kleintiere, also die Ziegen, die Hühner, die Ställe und so weiter sind und dann sind eben die verschiedenen Gärten. Hier ein kurzer Side-Step, so eine Gartengestaltung hat es dann auch ein bisschen später gegeben in der Siedlung Römerstadt in Frankfurt beim Ernst-Mai-Haus, das man heutzutage noch besichtigen kann, kann man das schön anschauen. Damals hat es der Landschaftsarchitekt Micke geplant, bei diesem Ernst-Mai-Haus in der Römerstadt, weil es auch gut dazu passt zu der Thematik teuer oder nicht teuer. Also diese Wohnungen damals in Frankfurt wurden auch errichtet, sollten ganz kostengünstig gebaut werden, damit eben Arbeiterinnen und Arbeiterfamilien dort einziehen können. Was ist passiert? Es hat eine Kostensteigerung gegeben während des Baus. Für die Arbeiterfamilien war die Miete viel zu teuer dann und eingezogen sind dann Bürger des Mittelstandes. Die haben sich auch natürlich auch über diese schönen Wohnungen gefreut. Aber das Ziel, günstigen Wohnraum zu schaffen, hat man dort nicht geschafft. Und noch einmal, weil wir die Margarete Schüttel-Otzke schon erwähnt haben, Entschuldigung, noch dazu, die hat damals natürlich schon mit Ernst Mai zusammengearbeitet. Hier finden wir auch im Ernst-Mai-Haus ihre berühmte Frankfurter Küche, über die sie sich ja manchmal geärgert hat, dass sie sie erfunden hat, weil sie immer auf die reduziert worden ist. Und sie hat auch dort in der Kleingartenparzelle eine Gartenlaube geplant. Entschuldigung. Was ist am Heuberg das Herausfordernde? Das ist eben die spezielle steile Topografie. Er hat das Haus dann in den Süden gesetzt, den Garten in den Norden. Es gab eben dann einen schattigen Bereich, da waren eben die Ställe und so weiter. Also ich glaube, das ist recht gut gelöst, dieser Übergang in den Garten. Die Bewohnerinnen hatten dann individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, also einerseits im Garten und innen drinnen. Also es war auch hier wieder dieser humanistische Ansatz, dass man einen eigenen Garten hat, ein bisschen selbst sich versorgen konnte, dass man ein eigenes Haus hatte. Und das hat natürlich die Bewohnerinnen nicht in solche Abhängigkeiten gebraucht, sondern die Bürgerinnen eher in die Lage, dass sie selbstständig sind und dass sie nicht nur Konsumentinnen sind. Der hohe Anteil an Eigenproduktion hat noch einen anderen Vorteil, dass man halt, wenn man das betreibt oder betreiben muss, dass man praktisch im Garten beschäftigt ist und dass man vielleicht nicht so viel im Wirtshaus sitzt und Geld ausgibt und das gesparte Geld vielleicht für andere Teile ausgibt. Und das ist auch wieder so eine Parallele zu dieser Do-it-yourself-Bewegungen, die es dann auch viel, viel später und in der heutigen Zeit auch gibt. Hier noch Modelle, dieses von Los geplanten Konzept, das auf der linken Seite eben noch mit diesem Glashaus, das er vorgesehen hätte, das aber nie umgesetzt worden ist. Auf der rechten Seite die Rückansicht mit diesen Stellen und diesen Lauben und diesen Auslaufbereichen für Hühner und Ziegen und so weiter. Vorderseite, Rückseite noch einmal, hier ein Blick ins Haus rein, also vorne die Häuser hinten, die Ställe, hier noch der Grundriss, diese eigene Thematik, auf die ich gar nicht so groß eingehen will. Aber wie Sie wissen, die Grundrisse bei Los sind immer einen genaueren Blick wert. Auch in diesem Haus ist es schon mit verschiedenen Niveausprüngen interessant. Also im Prinzip eine Smart-Wohnung, so wie sie jetzt wieder in ist. Und wie hat die dann ausgeschaut, wie wir uns damit beschäftigt haben? Es war nichts mehr da. Also Sie sehen, es war Verkleidung drauf, es hat kein einziges Originalfenster mehr gegeben, keine einzige Originaltür. Man hat sich die Frage gestellt, was ist da noch zu retten? Eigentlich ist das ja gar kein Denkmal mehr. Was soll man damit? Das war für uns natürlich auch eine wichtige Frage, soll man es aufgeben oder nicht? Und die Gedanken waren dann so, dass natürlich bei dieser Siedlungsbewegung jetzt nicht das Substantielle, das absolut Wichtigste ist, sondern eigentlich die Idee dahinter ist ja das Wichtige. Das Problem ist aber, wie soll ich eine Idee mit so einer Fassade und so einem Bild verkaufen? Deshalb, manchmal ist ja die Substanz deshalb so wichtig, weil ich da einen Anknüpfungspunkt habe, oder hier ist es halt das Erscheinungsbild, um diese Idee überhaupt zu transportieren. Und das ist ja manchmal auch das Wichtige. Die Verpackung ist heutzutage manchmal auch wichtig für eine Idee. Und deshalb war das einer der vielen Punkte, wieso man gesagt hat, und sich über das große, aus unserer Sicht damals, große Projekt, weil diese Genossenschaft, für die war das ja nicht selbstverständlich, das hat schon jahrelange Überzeugungsarbeit auch von den beteiligten Planern gebraucht, denen das schmackhaft zu machen, da wirklich Geld auszugeben und einen Zustand herzustellen, wie er früher mal war. Also hier noch die Fotos, wie es vorher ausgesehen hat. Also unterschiedliche Fenstergrößen, Plastikfenster, Holzfenster und so weiter. Was macht das Bundesdenkmalamt oder Denkmalpflege im Allgemeinen, wenn es um so etwas geht? Zuerst kommt einmal die Anamnese, die Diagnose und dann geht einmal die Befundung los. Das hat in dem Fall der Mag. Josef Voithofer gemacht. Das Ziel der Befundung war die Feststellung der originalen Fassadenoberflächen, also wichtig war, was hat es für Strukturen, für Farbigkeit gehabt, findet man doch noch was. Die originalen Farbwerte der Fenster und Türen natürlich auch als Grundlage und da sieht man jetzt aus dem Bericht heraus, wo man da untersucht hat, man hat noch was gefunden. Hier auch noch ein Detail, also die waren alle weg, diese Blumenfenster, die es gegeben hat, aber wir haben noch so einen Betonausleger gefunden, das hat uns natürlich bei der Rekonstruktion sehr geholfen, von den Maßen und so weiter. Also es hat diese Betonplatte bei einem Fenster ganz zugewachsen und so noch gegeben. Hier hat man eben dann oben nachgeschaut, hier sieht man eben die Untersuchung, wie schon bei allen anderen Untersuchungen, ob das jetzt die Villa Bär, Villa Tugendheit oder was auch immer ist, kommt man immer darauf, dass die weiße Moderne nie weiß war. Hier war es auch so ein schöner, sandiges, gebrochenes Weiß, so ähnlich wie die Sezession früher ausgeschaut hat, man wird es nicht glauben, wenn man bei der Sezession vor einigen Jahren die Kranzträgerinnen auf der Notzeit, auf der rechten Seite rekonstruiert und da hat man die originale Farbigkeit auch wieder gezeigt, also die Sezession hat auch einmal so eine Farbe gehabt. Das gleiche gilt natürlich dann für das Holz, da hat man dann auch noch eine Latte, eine verkleidete Latte gefunden, wo man das gefunden hat, hat man das dann, die Farbigkeit abnehmen können. Das gleiche gilt für das Weiß und dann ist es natürlich aus der Befundung heraus in die Entwicklung gegangen, mit Putzmuster, wie kann man das wirklich machen, wie kann die Baufirma das auch umsetzen und so weiter. Dann hat es Musterfenster gegeben, also ein riesenaufwendiges Projekt eigentlich, wo viele dann mit den Nerven eigentlich am Ende waren. Das Anstrichssystem, die Fensterecker waren ganz schwierig, man darf sie auch nicht so bauen, dass es dann wieder gleich kaputt ist. Die Handläufe und Geländer wurden eben rekonstruiert und hier eben schon die Detailplanungen, die dann der Planer gemacht hat und der ist wirklich sehr akribisch das herausgearbeitet hat, die verschiedenen Fenstertypen. Hier eben dieses markante Blumenfenster, das dann statt den Glasfäusern gekommen ist mit dieser ausgeübten Betonplatte. Die Betonplatte haben wir dann nicht mehr so gemacht, das haben wir dann anders gelöst. Und hier sehen wir noch dieses Vordach. Die Mieterinnen wollten eigentlich einen Windfang haben, unbedingt, weil man geht ja direkt rein und so weiter. Und man hat dann einen Kompromiss gefunden und ich finde das einen sehr guten Kompromiss. Wir haben nämlich auch, hier sieht man das Vordach noch einmal, wir haben nämlich bei Lohs selbst bei seinen Siedlungshäusern diese Vordächer gesehen, dass er es eigentlich vorgehabt hätte. In der Mitte der Plan für die Heubergsiedlung, wo er es selber eingezeichnet hat, aber es ist offensichtlich dann, also aus Geldgründen oder was auch immer, nicht ausgeführt worden. Und auch bei den anderen Häusern in der Heubergsiedlung, die Lohs selber nicht geplant hat, hat es auch einmal so ein Vordach gegeben. Und das ist jetzt das Ergebnis dann nach dieser Instandsetzung, wie das dann nachher ausgesehen hat. Und wie gesagt, die Rekonstruktion an sich ist auch wichtig. Aber von dem her ist es nicht unwesentlich, dass das wieder rekonstruiert worden ist, weil man dann aus meiner Sicht auch leichter über die Idee reden kann. Hier noch ein paar Bilder. Sie sehen, das ist eben dieses Haus mit einer Mauer. Es ist nicht eins zu eins ausgeführt worden, aber die Patentanmeldung, die Adolf Loos damals gemacht hat, ist sehr konkret. Also er zeichnet es genau, wie das funktionieren könnte und beschreibt es auch genau. Und das ist das Revolutionäre an seinem Konzept. Er schreibt es ganz genau rein, das sind jetzt seine Worte. Also er erfasst praktisch das Problem, es braucht billigen Wohnraum, es gibt eine Wohnungsnot, ich brauche die Herabsetzung der Baukosten, rasche Herstellungsnotwendigkeit erkennt er, es muss günstig sein und auch interessant, die langfristige Dauerhaftigkeit des Baus sieht er nebensächlich. Auch interessant, hier eine Zeichnung, wie er das dann sieht. Das Prinzip ist praktisch, dass man immer, im Normalfall ist er die Außenmauer und die Rückenmauer, die tragende Mauer, hier sind es die Feuermauern, wo dazwischen die Decken eingespannt sind. Ein Bild von Loos, ein anderes Bild, wo er dieses Konzept, die günstigen Bauteile, noch nicht erfasst hat. Man hat praktisch dann bei der Heubergsiedlung die teuren Teile gestrichen, also das Dach zum Beispiel, den Keller und die Fundamente und dann hat man schon wieder Einsparung. Weiters die Schrauben, er kann an den Grundstückspreisen wenig drehen, er kann an den Baumaterialien auch wenig drehen, Arbeitskosten und deshalb versucht er die Konstruktionsweise so zu machen, dass man Arbeitsersparnisse hat, indem man nur eine Mauer macht und dass man sich den Keller spart und die Fundamente. Das heißt, die Fundamente beschränken sich auf die Feuermauern und die Fassadenwände werden nur eingehängt. Wichtig ist auch, dass das eine geschlossene Bauweise ist und dass man die Feuermauern des Nebenhauses mit benutzt. Und das ist jetzt der Grund, weil das ist ja nicht so verständlich, wieso das Haus mit einer Mauer heißt. Es ist so, wenn ein Haus steht und wenn ich ein nächstes Haus anbauen will, brauche ich eigentlich nur eine Mauer aufstellen und deshalb heißt es ein Haus mit einer Mauer. Hier noch ein Modell dieses Konzeptes. Man sieht hier auch noch, hier hat er mal eine Zeichnung gemacht dieses Konzeptes für einen Vortrag in London. Man sieht hier schön, wo die Ställe zu finden sind, wo die Auslaufbereiche sind für die Tiere und auch hier, wo die Hühner sind zum Beispiel. Und das ist ja dieses Konzept. Damals war es ja überlebensnotwendig und heutzutage ist es mehr oder weniger, kommt dieser Trend wieder zurück. Das Stadthorn hat ja wieder großen Zulauf und heute ist es aber weniger überlebensnotwendig, sondern eher ein Lifestyle-Produkt. Und auch wenn man wieder Bienen ansetzt, also zum Beispiel hier, das sind meine eigenen Bienen am Dach und das hat aber einen anderen Ansatz, eher einen pädagogischen Ansatz, dass die Kinder wissen, woher das kommt. Hier das Bienen kennenlernen, Bienen streicheln und das macht natürlich Spaß und solche Ansätze sind natürlich wichtig. Anderer Ansatz ist zum Beispiel diese Zweckmäßigkeit, also die Fassadenbegrünungen, hier die Spaliere. Das ist auch interessant, dass natürlich das jetzt wieder in der Klimakatastrophe ganz, ganz wichtig ist, diese Begrünungen der Fassaden, auch ganz wichtig. Und das Thema der jetzigen Berlinale, also der Architektur Berlinale, ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Und das ist natürlich auch wieder so eine Parallele, zu der Siedlungsbewegung, das ist natürlich auch eine Frage, wie wir das sehen. Diese Fragen stellen sich jetzt praktisch uns, welche Utopien für eine grüne Stadt von morgen haben wir und was können wir daraus lernen? Hier noch ein Beispiel von der Biennale von der 15. 2016, da war damals der Kurator, der Architekt Aravena, der ist damals weltberühmt geworden, weil er eben diesen Ansatz von der Biennale geändert hat und nicht mehr diese Star-Architektinnen und Architekten und diese Einzelbauten, diese riesigen Theaterbauten, sondern er hat die Frage gestellt, wie können wir für viele Leute relevante Architektur schaffen? Und er hat dann das Konzept entwickelt des halben Hauses, das klingt einmal gut, hat das in Chile umgesetzt, also für eine ganz arme Bevölkerung, zeigt dann gleich Fotos, dass man sich das vorstellen kann und er ist dann in allen, also weltweit ist ja diese Biennale sehr rezipiert worden in den Medien und deshalb habe ich da hingeschrieben, er ist bekannt für diesen scheinbar neuen, die zukünftigen Bewohner mit einprojizierenden Ansatz. Scheinbar habe ich deshalb hingeschrieben, weil das war damals auch die Kritik, er hat so getan, als ob er das neu erfunden hätte, ja, das hat es vorher auch schon gegeben, zum Beispiel bei der Wiener Siedlungsbewegung, dass die Leute selber was gebaut haben. Also das heißt, er hat nur ein halbes Haus gebaut, die Lücken dazwischen, die Sie sehen, konnten sich dann die neuen Bewohnerinnen selber ausbauen, man sieht es hier, wie sich das dann gefüllt hat, das war dann das Konzept, also irgendwie ist das schon ein bisschen so eine, meiner Sicht schon ein bisschen so eine ähnliche Idee, wie kann man da Selbstbau und so weiter mitwirken lassen. Andere Idee, die natürlich jetzt auch irgendwie groß im Kommen ist, sind die Food Corporations, also die Food Corps. In Südkorea gibt es das zum Beispiel, da sind über eine Million Mitglieder bei diesen Kooperativen, das Grundsatz ist, dass man regional einkauft, selber mitarbeitet, das ist auch ein wichtiges Konzept, bin selber auch bei so einer Kooperative dabei, ist auch ganz interessant. Die Mietpreise, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch, weil diese Problematik haben wir im Prinzip mit den Bodenpreisen schon durchgemacht. In Deutschland kämpfen sie damit, in Berlin. Was faszinierend ist, dass diese Mietwohnungen in Deutschland zum Beispiel alle rausfallen, allein zwischen 2004 und 2019 sind zum Beispiel die Hälfte aller Sozialwohnungen in Deutschland rausgefallen, weil es eben da so eine zeitliche Limitierung der Sozialwohnungsbindung gibt. In Österreich, hier nur die Statistik zitiert, sind die Mietpreise natürlich auch in die Höhe geschossen. Auch in der Stadt selber sieht man hier schön, ist zwar in Wien zum Beispiel im ersten Bezirk die Preise hoch, aber rundherum sind sie auch relativ hoch. Also es spielt eigentlich gar keine so große Rolle, ob man in Wien und in den Stadtrand zieht oder nicht. Die Preise sind überall hoch. Hier noch die Kurve, dass die Mietpreise einfach nach oben gehen, aber das wissen wir jetzt eh. Und der Ansatz ist eben von der Vergangenheit zum Beispiel eben von diesem Wiener Siedlungskonzept zu lernen und für die Gegenwart daraus was zu holen. In Wien wissen wir, dass es da ja gute Ansätze dann gegeben hat mit den Gemeindebauten. 60 Prozent aller Wienerinnen leben schon in geförderten Wohnbau und Wien hat ja dagegen angesetzt, zum Beispiel mit der internationalen Bauausstellung, das ist neue soziale Wohnen, Smart-Programm, Gemeindebau, neue Baugruppen gibt es ganz viele. und dahinter steckt eben die Entwicklung einer sozialen und gerechten Gesellschaft und das Fördermodell, dieses Wohnbaufördermodell mit diesen vier Säulen, das finde ich ganz interessant, weil das eine sehr gute Qualität reingebracht hat, soziale Nachhaltigkeit ist in 2009 auch noch dazugekommen und das hat dazu geführt, dass in Wien der geförderte Wohnbau höhere Qualitäten hat, billigere Wohnpreise und wenn man in manchen Stadtvierteln durchgeht, kann man von außen schon sehen, was sind die teure Wohnungen, weil das sind die hesslösen Häuser manchmal, also ich will es nicht generalisieren, aber kann es gerne nachweisen, wenn es jemanden interessiert und die innovativen, schönen und mit Gemeinschaftsräumen und so weiter, das sind manchmal die geförderten und günstigen Wohnungen. Die Kategorien, da gehe ich jetzt schnell drüber, weil das kann ja jeder nachlesen, aber trotzdem, da kann man sich auch einiges rausholen und auch eine Parallele wieder zu dieser Siedlungsbewegung, ökologisch, Freiräume und so weiter und jetzt komme ich schon zum Schluss. Bei der Siedlungsbewegung war auch der Freiraum ganz wichtig und diese Terrassen und so wissen wir jetzt alle, dass in Corona-Zeiten das auch ganz wichtig war, das wird auch bleiben und das ist natürlich auch eine Zukunftsvision für die neuen Wohnungen sind. Los hat er selber, also nicht nur bei den Villen, sondern auch bei anderen Objekten, Terrassen eingebaut, also hier ein Projekt für so ein Kleinwohnungshaus in Wien. Man sieht, dass hier die Terrassen sind, dann ein Projekt für Villen an der Côte d'Azur oder eben das Grand Hotel Bavillum, Projekt in Nizza. Die Schiedtülle Hutzke bringt jetzt hier noch kurz rein, weil sie ja mit dem Los zusammengeweidet hat und diese Idee des Terrassen auch aufgegriffen hat und bei ihrer eigenen Wohnung, die wir als Bundesdenkland kürzlich unter Schutzstellen konnten, die sie für sich geplant hat, also 1967 ungefähr geplant, eingezogen ist sie 1970 bis 2000, hat sie dann 30 Jahre dort gewohnt und man sieht es hier schön, es ist eine ganz kleine Wohnung, 55 Quadratmeter, aber die Terrasse macht die Wohnung riesig, also wenn man da drinnen steht, würde man es gar nicht glauben, dass das so eine kleine Wohnung ist und das Interessante ist ja, diese Terrasse durchgeplant, da ist eingezeichnet, wo der Gautenschlauch hinkommt, wo der Marillenbaum hinkommt und sie sehen, diese Terrasse ist ein eigener Urlaubsbereich, also man muss eigentlich nirgends mehr auf Urlaub hinfahren, wenn man so eine Terrasse in Wien hat und das hat die Margarete Schütti-Lotzki glaube ich schon unter anderem auch mitgenommen und hier zum Schluss noch der Satz von Adolf Loos, der das auch ein bisschen alles zusammenfasst, der moderne Geist ist ein sozialer Geist und das ist vielleicht dieser Ansatz von ihm, aber das Schlusswort gebe ich einer Frau, nämlich der Margarete Schütti-Lotzki und das ist auch ihr sozialer Ansatz, dass sie praktisch zur Linderung des Wohnungselends Architektinnen geworden ist und nicht um irgendwelche Bauten zu machen. Also ich komme zurück zu dem Anfang meines Vortrags, der Wohnungsbau ist die Königsklasse der Architektur und ich hoffe, ich habe ein paar Gedankenanrögen gemacht und hoffe, ich habe sie nicht zu sehr strapaziert. Vielen Dank. Applaus Vielen herzlichen Dank, Herr Thacker, für diesen Bogen, den Sie auch gespannt haben und von groß sozusagen bis zur heutigen Zeit und bis zum letzten Jahr, wo wir ja auch wieder das Wohnungs sozusagen neu erlebt haben, Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, wir müssen relativ kurz einrichten, weil wir noch einen Vortrag haben. Dieser Text, dieser maschinengeschriebene Text, war das der Patenteinreichungstext von Loss? Ja, den gibt es. Ist der irgendwo publiziert? Den gibt es. Der Christian ist jetzt nicht da, den kann man einfach von der Webseite, von der Albertina runterziehen. Also das Patent, meinen Sie, was er... Nein, ist es irgendwo publiziert? Ich meine natürlich... Achso, Entschuldigung, publiziert habe ich es nicht gefunden, nein. Aha. Aber sind Sie berufener, glaube ich, ja. Ich habe ihn nirgends publiziert gefunden. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für Ihren Beitrag, weil es zeigt den ganz anderen Loss, der ein bisschen stiefmütterlicher behandelt wird. Das ist also das Extrembeispiel von Loss ohne Marmor. Und dazu möchte ich sagen, abgesehen davon, dass ja ein Architekt immer dann am besten ist, wenn er wenig Geld zur Verfügung gehabt hat, ist... Herr Kurit hat mir mal gesagt, in Wien ist der Architekt modern, der als erster etwas vom Ausland nachbaut. Und so auch hier dieses Patent, das ja eigentlich auch schon eine uralte Einrichtung war, wenn man daran denkt, in Südfrankreich diese befestigten Dörfer, sind alle nach diesem System gebaut, mit möglichst wenig Grundfläche, die der Land, der Lenzherr, zur Verfügung stellen musste. Und so hat sich ein Haus an das andere angebaut. Und in England, die Siedlung und Kaiser sind dann auch im vorigen Jahrhundert so gebaut worden. Und selbst im Haus Zara in Paris hat Loss dieses System angewandt und, sagen wir so, vorbereitet, indem er die unverbaute Seite von der Straße aus gesehen, rechte Seite, die an der Fassade schon so Steinstücke herausstellen, herausstehen ließ, damit der Nächste, der sich dort anbaut, eine Verankerung an der Fassade vorfindet, weil die Mauer war ja schon vorhanden und konnte in dieser Hinsicht dann weiterverwendet werden. Danke. Super, vielen Dank für die Hinweise. Danke. Ja, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich für den tollen Vortrag, den Sie sehr gut aufbereitet haben, bedanken, weil ich finde es auch, es ist ein sehr wichtiger Abschnitt in dem Werk von Loss, dieser Einsatzvisiterbewegung, wo er sich wirklich sehr engagiert hat über viele Jahre. Vielleicht noch zwei Bemerkungen hier, Sie haben diesen Wintergarten angesprochen, der bei Loss viel größer war, vielleicht noch zur Erklärung, also Sie haben es kurz angedeutet, die Fassaden dort am Heuberg waren zur Straße nach Norden gerichtet gewesen, also der Garten war nach Norden gerichtet, die Fassaden nach Süden, das ist durch die Hanglage dort gewesen und Loss wollte dort Frühbeete haben, dass man schon früh in der Südseite anzüchten konnte, schon im Frühjahr, dass man dann im Garten sozusagen diese sechs oder sieben Ernten einfahren konnte, die er sich dort überlegt hat. Das waren also nicht Wintergärten in unserem klassischen oder Blumenfenster in unserem Sinne, sondern wieder eben sozusagen den Nutzen für die Siedler dort eben sich selbst zu versorgen, das Haus sozusagen wieder zu nutzen, die Wärme des Hauses und die Lage. Dann noch ein zweiter kleiner Bezug eben, Sie haben auch Leberecht Migge angesprochen, der für Mai entworfen hat und wir wissen eben auch, dass Leberecht Migge hier Loss beraten hat für die Gartengestaltung, der ja ein Pionier war für diese Nutzgärten auch und mit dem Loss auch eng zusammengearbeitet hat und ihm auch viel Wissen verdankt zur Gartengestaltung, was er auch dann immer gerne weitergegeben hat. Nur als Ergänzung. Super, danke vielmals, danke schön. Herr Tschetschenleude. Zwei kurze Bemerkungen. Das eine ist, die Wurzel davon war, nach beiden Weltkriegen, die wilden Siedlungen. Die Leute sind in den Wienerwald oder dort freie Richtungen oder auf Wiesen und so und haben das Grabeland, hat das geheißen. Die haben dort umgraben und haben Erdöpfel oder Salat oder Gemüse oder irgendwas angepflanzt. Das ist das eine. Und das andere ist, in Wien hat sowohl diese Siedlungstradition, die ja die ältere waren, auf dem Weltkrieg ersten, aber auch die späteren Superblocks, die haben eine architektonische Basis gehabt. Die Siedlungswesen vom Loss, Frank, Schuster, Schacherl und so weiter. Aber die Superblocks haben die Wagner-Schule hinter sich gehabt. Die haben gewusst, wie man mit diesen Volumina umgehen kann. Und dann, es hat noch einen ideologischen Hintergrund gegeben. Eine Frage. Wo ist die proletarische Solidarität besser aufgehoben? In einen Geschossbau oder in einen Einheimen? Vielen Dank, Herr Tresch. Also alles ist politisch. Super, danke vielmals. Dankeschön. Ja, danke schön, Herr Salker. Ja, mit ein bisschen Verzögerung kommen wir nun zum letzten Vortrag heute von Oliver Leo Schreiber vom Bundesdenkmannamt. Er studierte Architektur und spezialisierte sich dann schon früh auf die Themen Baukunst, Denkmalpflege sowie Industriearchäologie. Er ist seit 1999 im Bundesdenkmalamt angestellt und Konservator nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich. Seine Tätigkeit für das BDA umfasst eine breite Palette an Bauwerken und Epochen. Bautner, Moderne sowie Schlossanlagen, Spezialobjekte. Ja, heute wird er uns etwas über Los erzählen und ich freue mich schon auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch über Livestream zugeschalten, liebe Kollegen und Kolleginnen. Zum Abschluss unseres zweitägigen Symposiums darf ich Ihnen anhand von fünf Beispielen einen kleinen Überblick über die manchmal sehr exzentrischen Umgänge mit Bauwerken von Los durch Eigentümerinnen und Nutzerinnen berichten, aber auch einen kleinen Einblick in die Bandbreite der Tätigkeit von Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger und natürlich einige Best-Practice-Beispiele zeigen. Am Anfang solcher Vorträge natürlich immer Warnhinweise. Diese Beispiele erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Häusern, Einrichtungen und vor allem Personen ist rein zufällig und völlig unbeabsichtigt und manche der Inhalte, zumindest für Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen, sind strikt explizit. Kapitel 1. Loswerden. Bevor die Baudenkmalpflege an einen Los tätig werden darf, muss dieser unter Denkmalschutz stehen bzw. unter Denkmalschutz gestellt werden. Was sehr einfach klingt, die kulturelle, künstlerische und geschichtliche Bedeutung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ist für Bauten von Los mittlerweile als gegeben anzunehmen, stellt sich dies in der Praxis doch als offenbar und oftmals mühsam heraus. Ein jüngstes Beispiel handelt von einer Wohnung, die von Los gestaltet wurde, ein paar Jahre später von einem anderen Architektenkollegen, nennen wir ihn einfach halber A, umgestaltet wurde. Nach einer ersten Begehung und Sichtung historischer Quellen ist der Amtssachverständigen und den SpezialistInnen sofort klar, hier handelt es sich zweifellos um einen Los. Vertäfelungen und Deckenbalken im Vorraum, den Salons, selbst die Kamine, ein echter Los. Wer jetzt annimmt, es könnte einfach ein Unterschussstellungsbescheid erstellt werden, der irrt. Denn so einfach ist das nicht. Eigentümerseitig stellt sich die Frage nach der exakten Abgrenzung zwischen Los und der Überformung durch A. Soll die leerstehende Wohnung doch bald erneut überformt werden? Obwohl die erwähnten Details, die Wandvertefelungen, die Deckenbalken und selbst die Kamine einer Überformung nicht im Wege stehen werden, wird die Unterschussstellung verzögert, ein Gegengutachten zum Amtssachverständigen Gutachten erstellt. Hatte sich das Bundesdenkmalamt bzw. die Amtssachverständige etwa, ob der Autorenschaft, der Baudetails oder geschichtlichen Zusammenhänge geirrt? Natürlich nicht. Die Frage des Eigentümers zielte eben auf diese exakte Zuordnung der wandgebundenen Ausstattung zu Los ab. Wie ist diese Frage zu beantworten? Natürlich durch einen anerkannten Lohs-Experten. Dieser lässt immerhin durch Restauratorinnen sämtliche Wandvertefelungen demontieren und analysieren. Lohs wird dadurch abgehäutet, seziert, ausgeweidet, seine DNA bestimmt. Nach einer sechs Jahre lang dauernden Operation liegt nunmehr das Obduktionsergebnis vor. Die Autorenschaft von Lohs für die Wandvertefelung und Deckenbalken des Vorraums und zwei Salons, einschließlich, Zitat, deren zu Raum 3 gelegenen Innenseiten an den Trennwänden zu Raum 2, wird eigentümersseitig nicht mehr bestritten. Den ehemals wandgebundenen Ausstattungsteilen kommt somit Denkmalbedeutung zu. Sie werden mit Bescheid unter Denkmalschutz gestellt. Die Autorenschaft von Lohs für einen Kamin konnte hingegen nicht nachgewiesen werden. Vielleicht war es ja A, der Lohs 1927 eine Freude machen und in seinem Geiste einen eklektizistischen Akzent setzen wollte. Oder der Kamin war bereits vor dem Lohs-Umbau 1908 da. Das würde wiederum für Lohs als auch für A sprechen. Kapitel 2 Lohs starten Bei manchen Objekten ist der Autorenschaft von Lohs unbestritten. Sie stehen, manchmal schon seit Jahrzehnten, unter Denkmalschutz. Zudem waren sie zum Zeitpunkt ihrer Unterschutzstellung in den meisten Fällen bereits baulich verändert, substanziell reduziert, aufgrund des Verlustes ihrer Einrichtung, Baudetails oder Oberflächen banalisiert. Manchmal war der Wunsch, die ehemalige Moderne zu modernisieren, im Laufe der Zeit einfach zu groß geworden. Die von Lohs verwendeten Materialien schienen den Nutzerinnen vielleicht zu edel, die Farbschemata zu extravagant, die Räume zu dunkel. Kurz, die klinische, die helle, die freundliche Moderne musste her. Die Oberflächen verschwanden hinter einer oder mehrerer Lack- und Anstrichschichten in Rheinweiß, Cremeweiß oder Signalweiß. So geschehen in der ehemaligen Wohnung Löwenbach, wir haben schon einiges heute davon gehört. Diese wurde 1913 eben durch Lohs ausgestattet. In den 1980er Jahren wurde sie Heimstätte des heute noch dort befindlichen Bridge Clubs Wien und 2011, knapp 100 Jahre, nach seiner Errichtung unter Denkmalschutz gestellt. Das ehemalige Herrenzimmer, der Wohnsalon und der Speisesalon weisen zwar an den Wänden noch die für losso-typischen Baudetails wie Wandvertefelungen, Marmorverkleidungen, Spiegel- und Heizkörperverkleidungen aus Messingblättchen auf. Die Decken und Fußböden wurden jedoch bereits vor Jahrzehnten modernisiert und weiß überstrichen, der Fußboden scheinbar erneuert. Der Raumeindruck, den wir noch von Fotos von Martin Gerlach aus der Zentralsee kennen, scheint verloren gegangen zu sein. Initiiert durch Architekt Ralf Bock und begleitet durch das Denkmalamt, konnte der Nutzer der Räume, der Bridge Club Wien, vor einigen Monaten überzeugt werden, loszustarten. Die Wandflächen oberhalb der Vertefelungen beziehungsweise Marmorverkleidungen, die an den Chipolino-Marmor des Lohshauses am Michaela-Platz erinnern, sowie die klassizistisch anmutende Kassettendecke wurden restauratorisch befundet und brachten, wie wir schon gesehen haben, sensationelle Ergebnisse. Unter dicken Schichten weißer und ockriger Wandfarbe trat im Speisesalon das umgestaltungszeitliche Lohsche Farbkonzept aus 1913 zu Tage. Nach diesem Befund wurden Farbmuster angelegt und basierend auf die historischen Fotos auch Muster für die vor Jahrzehnten verlorengegangene Stoffbespannung entwickelt. Eine auf die restauratorischen Befunde basierte Rückführung der Wand und Deckenbereiche steht also nichts mehr im Wege. Aber ist das nicht alles zu über dem gewachsenen Zustand aus? All diese Fragen sind in diesem Fall aus meiner Ansicht relativ leicht zu beantworten. Die Befundlage ist eindeutig, der gewachsene Zustand im Bereich der monochromen Fassungen zu vernachlässigen und die Wiedergewinnung des Raum- und Ausstattungskonzeptes von Lohs aufgrund der Wertigkeit seines Oeuvres und in dem Fall nicht nur lokal, regional und national, sondern auch international jedenfalls anzustreben. Nachdem diese Tagung ohnehin in diesem Ambiente enden wird, machen Sie sich selbst ein Bild und frei nach Karl Fackers schauen Sie sich das an. Kapitel 3 Loslassen Oftmals hat man als Baudenkmalpflegerin Glück. Nämlich dann, wenn er oder sie ein Los betritt und feststellt, jetzt ist schon wieder nichts passiert. So vor einigen Jahren geschehen in einem Loshaus der Wiener Werkbundsiedlung, das von Mitterinnen, Besenrein, der Eigentümerin, der Wieseck, der Wiener Substanzerhaltungs-GesmbH zurückgegeben wurde. Zum Verständnis, jene Bauten der Stadt Wien, die vor einigen Jahren als atypisch klassifiziert wurden, also Bauten, die keine klassischen Gemeindebauten oder Superblocks waren, wurden von Wiener Wohnern einer Tochter der Stadt Wien, einer neuerlichen Tochter, also sozusagen der Enkeling der Stadt Wien, der Wieseck, übergeben. Bei der ersten Begehung des leerständigen Objektes war sofort klar, dass dieses Haus ein überdurchschnittliches Potenzial für eine Restaurierung hatte. Warum? In den Jahren vor diesem Leerstand wurden bereits in drei Bauetappen die meisten der 48 im Eigentum der Wieseck stehenden Bauten der Wiener Werkbundsiedlung restauriert, renoviert und instand gesetzt. Sämtliche Bauten wurden dabei im Vorfeld restauratorisch befundet, Rebootsschichten und Farbkonzepte analysiert, ihre Ausstattungen dokumentiert, die Fenster und Türen mitsamt ihren Beschlägen katalogisiert, alle Quellen erforscht und zusammengetragen. Aufgrund dessen hatten alle Projektbeteiligten einen wesentlichen Vorteil beim Start des Projektes. Sofort konnten dem Leerständen Haus die richtigen Fotos der Werkbund Ausstellung 1930 zugeordnet werden. Das Instandsetzungskonzept für die Fenster und Türen war bereits fertig, das baufysikalische Konzept durchgerechnet. Aber dies alles führt trotzdem noch nicht zu einem erfolgreichen Projekt. Der nicht zu unterschätzende Erfolgsfaktor für so ein Projekt ist der ausreichend gute Haltungzustand des Hauses. Erstaunlicherweise war im Inneren des Hauses über fast 90 Jahre nichts gemacht worden. Seine Fenster, Türen, Treppen, Geländer, Brüstungsholme, alles war da. Rediglich der Linoleonboden war offenbar in den 1970er Jahren durch einen Teppich überdeckt worden. Zeitgleich eine kleine Durchreiche von der Küche ins Wohnzimmer oder Esszimmer kam dazu und die Türen und die in den 90ern kam noch eine Deckenleuchte dazu. Man sieht es hier. Also fast keine Änderung. Dies konnte alles mit einem minimalen Einsatz von Ressourcen bereinigt werden. Und die wesentlichsten Interventionen des jüngsten Restaurierprojekts waren die Wiedergewinnung des bauzeitlichen Farbkonzeptes, der Wendetüren Rüstungssteher und auch der Linoleonböden. Der Einbau eines Heizsystems und die Herstellung der leider auch physikalisch, der leider baurechtlich notwendigen Absturzsicherung auf der Galerie waren eben da die größten Interventionen. Ansonsten blieb das Haus so, wie es ist in seiner wie es in der Bauungszeit war. In Anlehnung an einem aktuellen Sketch des Kabarettisten Christoph Grissemann könnte vielleicht von einem Erfolgsrezept zur bestmöglichen Erhaltung eines Denkmals gesprochen werden. Alles nicht machen. Fenstererneuerung nicht machen. Entkernen einfach nicht machen. Abreißen überhaupt nicht machen. Einfach nicht machen. Hashtag einfach nicht machen. Instandsetzen machen. Restaurieren unbedingt machen. Und los lassen. Einfach lassen. Kapitel 4 Loslösen Wir nähern uns sozusagen dem Ende dieses Stücks was manchmal nicht genau weiß ob es eine Tragödie oder eine Komödie ist. In dem Fall geht es um eben ein sehr eigenes Haus. Manche von Los entworfenen Häuser ermuntern ihre aktuellen Besitzer offenbar zu einer Resolutheit die dem Planer des von ihnen genutzten Wohnraums zur Ehre gereicht. Dabei stehen nicht so sehr die in schlichter Eleganz gestalteten Wohnbereiche im Fokus der selbsternannten Erneuerer und Modernisten sondern die funktionalen noch schlichter gestalteten Nebenräume. Das ausgewählte Beispiel einer solchen Vorgehensweise blieb nach seiner Erbauung fast 100 Jahre annähernd unberührt und weitgehend authentisch erhalten. Die obligate Sitznische am Kamin die Vertäfelungen Deckenbalken Treppenaufgänge die eingebauten Bücherkästen ja selbst die Nebenräume bis hin zur Waschküche vermittelten noch vor zehn Jahren im Inneren des Hauses den Eindruck als wäre es eben erst fertiggestellt worden. Als hätten es die Handwerker gerade verlassen. Doch diese Idylle wehrte nach Übernahme durch einen neuen Eigentümer nur kurz. Das Haus sollte nach dessen Wunsch auf Stand gebracht werden. Es wurde Hand angelegt das Haus vorher ist nur trocken gelegt. Störende Zaunelemente wurden demontiert die betonierte Garagenabfahrt mit dem Schremmhammer fasonniert. Nur ein Jahr nach dem Eigentümerwechsel kam es so zur ersten Bauinstellung. Da die Baumaßnahmen zwar nicht bewilligt ein Rückbau partiell jedoch weiteren Substanzverlust zur Folge gehabt hätten und zudem formal ästhetisch kaum Verbesserungen gebracht hätten, wurde mit dem Eigentümer vereinbart, die anstehende Fassadenrestaurierung in Abstimmung und zwar rechtzeitig abzustimmen. Dazu kam es nicht. Davor musste im Inneren aus Sicht des Eigentümers ein großzügigeres Raumkonzept geschaffen, der Lohs'sche Raumplan verändert werden. Im Keller und Hochparteir wurde monatelang unbemerkt durch das Bundesdenkmalamt und die Stadt Wien die Grundrisskonfiguration verändert, Mauerzüge und Mauerteile abgebrochen und Türen versetzt. Und wäre es damit nicht genug, wurde auch die bauzeitliche Nebentreppe für die Bediensteten ersatzlos entfernt. Das Ergebnis war ein fragmentierter Raumplan, ein derangiertes Spitzenwerk Lohs'scher Raumkunst. Die Bedürfnisse des Eigentümers passten leider von Anfang an nicht zu dem Spirit und der Seele dieses Hauses. Unter Treppenwitz seiner Leidensgeschichte das Haus stand nach nur zehn Jahren erneut zum Verkauf und wurde offenbar während unseres Symposiums vom Eigentümer verkauft. Anmerkung, der Begriff Eigentümer wurde hier absichtlich nicht gegendert. Eine Eigentümerin hätte diese Reduktion schwerlich übers Herz gebracht. Es bleibt nunmehr nur zu hoffen, dass es sich nunmehr eine neue, weniger robuste Eigentümerin für das Haus gefunden hat. Zum Finale. Losstürzen. Los erregt bis heute bis heute die Gemüter. Eines seiner Hauptwerke, das Haus am Michaelaplatz, stand vor kurzem im Zentrum Zickewil gesellschaftlicher Kritik. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal aus unerwartetem Grund. Erregte seine Schlichtheit zum Zeitpunkt seiner Erbauung die Wienerinnen und Wiener, so ist jetzt offenbar sein Glanz und sein Glamour seine Strahlkraft, Zielscheibe aktionistischer Gesellschaftskritik. Als vermeintliches Symbol der Banken- und Geschäftswelt, die mutmaßlich an Umweltzerstörung und Klimawandel schuld ist, wurde das Loshaus am 21. Mai 2021 von einer Aktivistengruppe, nennen wir sie der einfache Talber XR, in Beschlag genommen. Nicht nur der Gehsteig vor dem Loshaus, auch seine Marmorsäulen wurden mit Sprüchen beschmiert. Banken raus aus Kohle, Gas und Öl. Drei Rufzeichen. Blöd nur, dass sie sich bei den von den Aktivistinnen verwendeten Besprühungen und Bespritzungen umzitragen. Was die Aktivistinnen darüber hinaus nicht wussten, war, dass sie sich bei dieser Intervention um einen Straftatbestand nach Paragraf 126 Strafgesetzbuch handelte. Zitat Schwere Sachbeschädigung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht. An einem öffentlichen Denkmal oder an einem Gegenstand, der unter Denkmalschutz steht und durch die der Täter an der Sache einen 5000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt. Aufgrund dessen kam es zu einem massiven Polizei, Feuerwehr und Rettungseinsatz da sich die Aktivistinnen dem Vernehmen nach auch noch mit Superkleber an das Los Haus geklebt hatten. Durch das Bundesdenkmalamt wurde sofort nach dieser Aktion in Abstimmung mit dem Eigentümer Probereinigungen durchgeführt durch einen Restaurator. Die Proben umfassten mehrere Durchgänge einer chemisch-mechanischen Reinigung mit Papierbürsten, Detergensien und Wasser und werden zu einer weitgehend rückstandsfreien Entfernung der politischen Manifestationen führen. Was ist nun die Moral aus der Geschichte? Offenbar ist uns allen noch nicht gelungen, die kulturgeschichtliche Bedeutung solcher Objekte und deren geschichtlichen Hintergrund ausreichend allen Bevölkerungsschichten zu vermitteln. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Gebäude eines ehemaligen jüdischen Herrenmodengeschäfts, nämlich Golban und Salaj, das aufgrund seiner nicht nur architektonischen, sondern auch materiellen Qualität als Inbegriff von Nachhaltigkeit darstellt und bezeichnet werden kann, als Symbol der Umweltzerstörung und Klimawandel erhalten muss. Ein klassischer Fall von mehrfacher Themenverfehlung also. Und auch die Sandur, das Symbol der Bewegung XR, wird restauratorisch wieder rückstandslos entfernt werden, denn die Zeit für das Oeuvre von Adolf Loos ist noch lange nicht vorbei. Ich bedanke euch. Applaus Vielen Dank, Herr Schreiber. Gerne. Ja, das ist ja humoristische Darstellung. Humor braucht man in diesem Geschäft auch. Das ist ja offensichtlich auch teilweise sehr turbulenten Alltagsdenkmalpfleger. Und vor allem auch eben, dass Sie uns sozusagen wieder auch jetzt am Ende des Symposiums wieder zurückgeführt haben eben zu dem Thema, nämlich Loos und seine Restaurierungen und eben wir einen guten Überblick bekommen haben, was sozusagen auch die aktuellen Objekte sind, die Sie gerade bearbeiten. Ich hoffe, alle mit Happy End. So wird es sein. Es dauert immer eine Zeit, aber los hält das aus. Gut, hoffen wir es. Ja, gibt es noch Anmerkungen oder Fragen? Herr Ruckscher. Danke, nur eine kleine Anmerkung. Das mit den Beschmieren der Säulen hat natürlich einen schlimmen Effekt. Warum? Weil nach dieser aufwändigen Renovierung und des Rückbaus vor 30 Jahren, glaube ich, die Pflege vernachlässigt wurde. Ich habe damals verlangt, dass das einmal im Jahr der ganze Marmor eingeölt wird, um ihn vor der Verwitterung zu schützen und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte sich diese Farbe nie so in den Stein einziehen können und man hätte es ganz leicht wieder entfernen können. Das ist aber ein grundlegendes Problem, das mit Steuergeldern, in dem Fall nicht mit Steuergeldern, aber sonst mit viel Steuergeldern renovierte Bauten dann von Privaten einfach vernachlässigt werden. Ich kann da einige Beispiele, möchte es aber nicht tun, anbringen, um zu zeigen, dass das Geld nicht richtig gewertet wird, weil es nachher wieder bergab geht. Da haben Sie absolut recht, vollkommen recht. Die Eigentümerschaft in dem Fall vernachlässigt das Objekt nicht, das kann ich aus intensiver Betreuung jetzt seit 13 Jahren sagen, aber zum Beispiel die Frage, behandelt man Stein, schützt man ihn, verwendet man mikrokristalline Wachse, das ist eine Frage, die nicht so leicht zu vermitteln ist, weil der Eigentümer einfach nicht sieht. Das heißt, das Ergebnis ist neutral, das schaut genauso aus wie vorher. In dem gezeigten Fall ist es aber so, dass wir eben, da gibt es Restauratoren, Restauratorinnen, die spezialisiert mittlerweile sind auf Graffiti-Entfernung und Entfernung von Beschädigungen, dass die dieses Wissen haben, dass es doch teilweise chemisch, teilweise nur mechanisch sehr gut zu entfernen geht und die Probeflächen, wir werden es heute leider nicht sehen können, weil es abgedeckt sind, um Nachahmungstäter nicht das Feld zu bieten, aber die Probeflächen zeigen weitgehend rückstandsfreie Entfernung, also es wird vorher, genau, es wird jetzt genauso wieder ausschauen, wie es vorher war, das ist nicht das Problem, glücklicherweise. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank nochmal. Gerne. Auch fürs Aufholen der Zeit. Wir sind sozusagen pünktlich, überpünktlich fertig geworden. Ja, es bleibt mir nur noch, mich nochmal abschließend sehr herzlich zu bedanken, bei allen, insbesondere den Beteiligten von der Organisation des Symposiums, dem Bundesdenkmalamt als Gastgeber, den Mitwirkenden vom BDA, Herrn Marien und Frau Beisel, insbesondere Herr Bock, der sozusagen das Symposium initiiert hat und natürlich den Vortragenden gestern und heute, die auch teilweise eben von weit her angereist sind und ja, und vielen Dank auch an den Teilnehmern hier, die sozusagen die Diskussion belebt haben mit ihren Fragen und ihren Anmerkungen und ihren sozusagen Erfahrungen auch. Die Aufzeichnung des Symposiums wird ja in ein paar Tagen dann online zur Verfügung stehen. Ich glaube, es wird einen Link geben, auch auf der Website vom Bundesdenkmalamt und es wird dann auch die Ergebnisse nochmal publiziert in der österreichischen Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. Damit sind wir auch so zum Ende des Symposiums anbelangt. Danke nochmal an alle und einen schönen Nachmittag. Wiedersehen. Applaus Vielen Dank.